Augustus, 63 v. Chr. bis 14 n. Chr. Kaiser Augustus. Er gilt als der größte unter den Herrschern Roms. Sein Reich erstreckte sich von Ägypten bis an die Elbe, vom heutigen Nahen Osten bis nach Spanien. Seine Untertanen lebten in Frieden und Wohlstand und erklärten ihn nach seinem Tod zu einem Gott. Doch das Leben von Augustus hatte auch seine Schattenseiten. Augustus wird als Gaius Octavius Turinus im Jahre 63 v. Chr. in Rom geboren. Er ist der Sohn von Gaius Octavius und dessen Frau Attia, einer Nichte Cäsars. Die Familie seines Vaters gehört dem niederen Adel an. Sie ist zwar wohlhabend, hat aber nur wenig Einfluss. Der Vater, der zunächst als Geldverleiher tätig ist und schließlich in den Senat gelangt, stirbt, als sein Sohn gerade fünf Jahre alt ist. Deshalb wächst der junge Gaius Octavius zunächst auf dem Landgut seiner Großmutter Julia, der Schwester Cäsars, auf. Später, nach dem Tod seiner Mutter, lebt er im Haus seines Stiefvaters. Schließlich nimmt sich Julius Cäsar, seines Großneffen, an. Der junge Gaius Octavius begleitet seinen Großonkel auf dessen Kriegszug nach Spanien, wo er sich durch seine Tapferkeit besonders hervortut. Danach trennen sich die Wege der beiden. Im Frühjahr 44 v. Chr. erhält Gaius Octavius die Nachricht, dass Cäsar ermordet wurde und erfährt, dass er durch Testamentsverfügung adoptiert und zum Haupterben von Cäsars Privatvermögen eingesetzt wurde. Zurück in Rom tritt Gaius Octavius das Erbe an und nennt sich fortan wie sein Adoptivvater Gaius Julius Cäsar. Um ihn jedoch von dem älteren Cäsar besser unterscheiden zu können, wird Gaius Octavius von den Historikern ab dieser Zeit Octavian genannt. In Rom schwelt ein heftiger Konflikt zwischen den ehemaligen Anhängern Cäsars und seinen Mördern. Der ältere Senator und Ex-Konsul Cicero nimmt sich des scheinbar unerfahrenen jungen Octavian an. Er hegt die Hoffnung, seinen eigenen politischen Einfluß weiter ausbauen zu können. Octavian geht darauf ein. Als sich die römischen Truppen auf einem Feldzug befinden, stellt er in Italien ein Heer aus Veteranen Cäsars zusammen und bemächtigt sich staatsstreichartig der Stadt Rom. Unter militärischem Druck und auf Antrag Ciceros bestätigt der Senat Octavians militärische Befehlsgewalt, verleiht ihm die Rechte eines Senators und gestattet ihm die Übernahme aller Ämter, obwohl er dafür eigentlich noch zehn Jahre zu jung ist. Am 19. August 43 v. Chr. erzwingt Octavian mit Hilfe der Truppen seine Wahl zum Konsul und die Ächtung der Cäsarmörder. Nach früherem Vorbild bildet Octavian nun zusammen mit den beiden Gleichgesinnten Marc Anton und Lepidus im November 43 v. Chr. ein Dreigestirn, das sogenannte Zweite Triumvirat. Zu dessen Bekräftigung heiratet Octavian Marc Antons Stieftochter Clodia. Die Männer lassen sich vom Senat diktatorische Vollmachten auf fünf Jahre übertragen und veröffentlichen als erstes Todeslisten zur Ausschaltung von vermeintlichen Gegnern. Bei den folgenden Massakern kommen 200 Senatoren und 2000 Angehörige des römischen Ritterstandes ums Leben, darunter auch Cicero. Marc Anton und Octavian ziehen ein Jahr später mit ihren Truppen gegen die Cäsarenmörder Brutus und Cassius nach Griechenland und vernichten sie in der Schlacht von Philippi. Deren Niederlage im Herbst 42 bedeutet den endgültigen Untergang der römischen Republik. Octavian lässt Brutus Kopf nach Rom bringen und ihn vor der Cäsar-Statue niederlegen. Nach der Schlacht erhält Marc Anton die wohlhabenden Ostprovinzen, Lepidus Nordafrika, damals die Kornkammer Roms, und Octavian den Nordwesten des Reichs und Italien. Mit dem römischen Kernland fällt ihm aber auch die undankbare Aufgabe zu, die Landverteilung an die Veteranen aller drei Machthaber zu organisieren. Dabei kommt es zu gewaltsamen Enteignungen, ganze Stadtbevölkerungen werden vertrieben. Octavian ist zu dieser Zeit ein gehasster Mann. Trotz der Schwierigkeiten, auch innerhalb des Triumvirats, wird nach fünf Jahren das Bündnis verlängert. Der Vertrag, der im Herbst 40 geschlossen wird, beinhaltet unter anderem die Hochzeit von Marc Anton mit Octavians Schwester. Octavian selbst heiratet im selben Jahr, nach dem Tod seiner ersten Frau Clodia, ein zweites Mal. Noch vor der Geburt seiner Tochter Julia, seines einzigen leiblichen Kindes, verstößt er ihre Mutter, um im Jahr 38 v. Chr. Livia Drusilla zu ehelichen. Der damit verbundene Skandal wird noch größer, als er Livia in sein Haus aufnimmt, noch bevor sie von ihrem bisherigen Mann geschieden ist. Livia wird zu seiner engsten Ratgeberin und bringt ihre beiden Söhne mit in die Ehe, Drusus und Tiberius. Der später Octavians Nachfolger wird. Der Machtkampf in Rom geht indes weiter. Als es Octavian gelingt, Lepidus zu entmachten, beherrscht er den gesamten Westen des Reichs. Jetzt steht ihm nur noch Marc Anton im Weg. Zum endgültigen Bruch kommt es 32 v. Chr. Marc Anton lässt sich von der in Rom äußerst beliebten Octavia scheiden und heiratet die ägyptische Königin Kleopatra. Dass diese Ehe nach römischem Recht ungültig ist, vergrault viele Anhänger Marc Antons. Sie werfen ihm vor, sich mehr und mehr wie ein orientalischer Herrscher aufzuspielen. Zu Recht. Denn Marc Anton nennt sich mittlerweile Prinzgemahl und König der Könige. Geschickt nutzt Octavian die Fehler seines Mitregenten aus. Als dieser noch im selben Jahr Teile des römischen Ostens an Kleopatra und ihre gemeinsamen Kinder verschenkt, verliert er in Rom fast jeglichen Rückhalt. Octavian lässt das Testament von Marc Anton, das bei Tempeldienerinnen hinterlegt ist, veröffentlichen. Eigentlich ein Sakrileg, sorgt in diesem Fall der Inhalt des Testaments für größeren Aufruhr als die unrechtmäßige Veröffentlichung. Aus der Erbschrift geht nämlich hervor, dass Marc Antons Reich nach seinem Tod an Kleopatras Kinder übergeht. Der Senat ist entsetzt. Der einst ruhmreiche Marc Anton wird zum Staatsfeind ausgerufen und der Königin von Ägypten wird der Krieg erklärt. In der Seeschlacht bei Aktium am 2. September 31 v. Chr. unterliegt die ägyptisch-römische Flotte den Streitkräften Octavians. Mit der Einnahme Alexandrias, der Annexion Ägyptens als neue römische Provinz und dem Selbstmord von Marc Anton und Kleopatra im darauf folgenden Jahr endet der Krieg um die Macht in Rom. Und zugleich die letztlich 100 Jahre währende Epoche der römischen Bürgerkriege. Mit einem mehrtägigen Staatsakt im Januar 27 v. Chr. wird der Ausnahmezustand des Bürgerkriegs auch offiziell beendet. Formal ist damit die alte Ordnung der Republik wiederhergestellt. Doch gleich am Folgetag überträgt der Senat die Herrschaft über die Hälfte der Provinzen wieder an Octavian, und zwar jene, die an den Rändern des Imperiums liegen und in denen der Großteil der Legionen steht. Auf diese Weise bleibt Octavian Militärmachthaber. Es entsteht eine völlig neue, eine monarchische Ordnung, das römische Kaisertum. Der Senat verleiht Octavian am 16. Januar 27 den neu geschaffenen Ehrennamen Augustus. Er erinnert an das sogenannte Augurium, eine alte Zeremonie, um den Willen der Götter zu erfahren. Der Sage nach hatte sie schon Romulus durchgeführt. Der Name Augustus setzt seinen Träger also mit dem legendären Gründer der Stadt Rom gleich und schenkt der obersten politischen Gewalt im Staat so etwas wie eine sakrale Aura. Im Sommer desselben Jahres bricht Augustus zu einer mehrjährigen Inspektionsreise durch den Nordwesten des Reiches auf. In Gallien herrscht, seit es durch Cäsar unterworfen wurde, Chaos. Augustus ordnet die Verhältnisse neu und erobert im Anschluss jene Gebiete im Norden Spaniens, die bis dahin noch nicht zum Reich gehörten. Auf der Rückreise nach Rom im Jahr 23 v. Chr. erkrankt er schwer. Man rechnet bereits mit seinem Tod. Aber er überlebt. Obwohl er sich entschließt, seine Legionen künftig nicht mehr persönlich zu führen, bleibt er außenpolitisch erfolgreich. Das Reich expandiert unter Augustus in einem Maß wie nie zuvor und nie wieder danach. Das reiche Ägypten und Galatia werden dazu gewonnen und von der Ostgrenze Galliens und den Alpen wird die Reichsgrenze bis zu Donau und Rhein, sogar zeitweise bis zur Elbe vorgeschoben. Die dahinter steckenden militärischen Leistungen sind nur mit der Eroberung Galliens durch Cäsar zu vergleichen. In den folgenden Jahren erfährt das Reich tiefgreifende Neuordnungen. Neben der Befriedung Galliens und Spaniens werden Völker wie die Chauken, Batava, Darka, Dalmata und Friesen unterworfen. Die Romanisierung der Provinzen wird vorangetrieben, das Straßennetz erweitert und der Handel gesichert. In die früher stark gebeutelten Provinzen kehrt allmählich ein gewisser Wohlstand zurück. Die Äcker fanden wieder Pflege, die Heiligtümer wurden geehrt, die Menschen genossen Ruhe und Frieden und waren sicher im Besitz ihres Eigentums. So drückt es ein Geschichtsschreiber aus. Augustus gelingt es in allen Bereichen, das Staatsgefüge nach seinem Bild zu formen. Aber die Neuordnung des Staatswesens wird von den Römern nicht widerspruchslos hingenommen. Insbesondere die patrizischen Familien des alten Senatsadels, die Augustus als Emporkömmling betrachten, können sich mit ihrer Entmachtung nur schwer abfinden. In der Zeit nach seiner Rückkehr aus dem Osten wagt Augustus sich nur mit einem Brustpanzer unter der Toga in den Senat. Senatoren empfängt er nur einzeln und nach eingehender Leibesvisitation. Dass sein Herrschaftssystem schließlich doch akzeptiert wird, liegt einerseits daran, dass er den republikanischen Institutionen und den althergebrachten Rechten und Sitten Respekt erweist, andererseits ist für jedermann auch ersichtlich, dass das von Augustus eingeführte System des Prinzipats funktioniert. Weiter verfestigt wird diese Entwicklung, als Augustus ca. 12 v. Chr. das Amt des obersten Priesters des römischen Staatskultes übernimmt. Schließlich, im Jahr 2 v. Chr. ernennt der Senat Augustus zum Pater Patria, zum Vater des Vaterlands. Ein Titel, auf den er ganz besonders stolz ist. Zu einem Kennzeichen der Herrschaft von Augustus wird auch die Rückbesinnung auf Sitte und Moral. So lässt sich Augustus vom Senat die Sittenaufsicht übertragen, was unter anderem eine Verschärfung der Strafvorschriften für Ehebruch nach sich zieht. Er selbst hatte in den Jahren seines Aufstiegs zwar nicht gerade ein moralisch einwandfreies Vorbild abgegeben, nun aber sieht er in der Betonung traditioneller Werte ein Mittel, die geistigen Verwirrungen der Bürgerkriege zu heilen. Diese Einstellung führt sogar zum Zerwürfnis mit seiner Tochter Julia, die der altväterlich-keuschen Moral trotzt. Augustus lässt sie vor dem Senat wegen Ehebruchs anklagen und auf eine kleine Insel verbannen. Sein Bild vom treu sorgenden altrömischen Patron untermauert Augustus mit einem umfangreichen Bauprogramm. Dazu gehören Zweckbauten wie Aquädukte und eine riesige Sonnenuhr, vor allem aber Repräsentationsbauten wie das Augustusforum, das Marcellustheater und zahlreiche Tempel. Der Dichter Vergil berichtet in der Aenees von insgesamt 300 Tempeln, die der Kaiser bauen ließ. Die Eroberung des rechtsrheinischen Germanien endet allerdings in einer militärischen Katastrophe. Stadthalter in dieser Region ist der römische Feldherr Publius Quinctilius Varus. Im Jahr 9 n. Chr. gerät er in einen Hinterhalt. Ein Bündnis germanischer Stämme unter der Führung des Kerusker Fürsten Arminius vernichtet in der Schlacht im Teutoburger Wald drei römische Legionen. Varus, gib mir meine Legionen wieder, soll Augustus im fernen Rom ausgerufen haben, als er diese Nachricht erhielt. Die schwere Niederlage hat zunächst einen verlustreichen Kleinkrieg und schließlich den Rückzug der Römer auf die Rheindonaulinie hinter ihre Grenzbefestigung, den Limes, zur Folge. Im Sommer des Jahres 14 n. Chr. unternimmt Augustus eine Reise nach Benevent. Bereits auf Capri erkrankt er an Diarrhoe, reist jedoch weiter aufs Festland bei Neapel und lässt sich nach Nola bringen. Wie es heißt in dasselbe Haus, in dem 71 Jahre zuvor sein Vater verstorben war. Dort stirbt schließlich auch er im Gegenwart seiner Frau Livia und einiger Würdenträger am 19. August des Jahres 14 n. Chr. Exakt am gleichen Tag, an dem er über 50 Jahre zuvor sein erstes Konsulat angetreten hatte. Laut dem römischen Biografen Sveton verabschiedet sich der Sterbende mit einer Sentenz, die gewöhnlich Komödianten am Ende eines Stückes sprechen. Wenn nun das Ganze euch wohlgefallen hat, so klatscht Beifall und entlasst uns alle mit Dank nach Hause. Augustus Leiche wird auf dem Marsfeld in Rom verbrannt und die Asche in dem prachtvollen Mausoleum beigesetzt, das der Kaiser dort für sich und seine Familie hat errichten lassen. Neben zahlreichen anderen Ehrungen beschließt der Senat, den Monat, in dem er erstmals Konsul geworden und dann verstorben war, von Sextiles in Augustus umzubenennen. Außerdem wird im Monat August ein zusätzlicher 31. Tag angefügt und zudem der Kaiser zum Staatsgott erklärt. Seine Regierungszeit gilt als goldenes Zeitalter. Sein Reich als das größte, das die Erde je gesehen hat. Kaiser Augustus stand am Beginn einer langen Herrschereihe, die erst mit der Eroberung Konstantinopels enden sollte. Doch das war viele Jahrhunderte später. Nero, 37 bis 68 nach Christus. Mit weit aufgerissenen Augen und einem irren Lachen steht er auf der Dachterrasse seines Palastes. Kaiser Nero. Er spielt auf der Lyra und starrt in die Flammen, die aus den Straßen Roms aufsteigen. Mit sich überschlagender Stimme besingt er den furiosen Anblick. Das ist wohl eine der bekanntesten Szenen der Geschichte. Wer war dieser Mann, der angeblich seine eigene Stadt in Flammen aufgehen ließ? Ein Verrückter? Ein Machtbesessener? Oder gar ein Verzweifelter? Als Lucius Domitius wird er am 15. Dezember 37 nach Christus als Sohn von Gnaeus Domitius Ahenobarbus und Julia Agrippina in Antium an der Küste Latiums geboren. Seine Mutter ist die Schwester von Kaiser Caligula und eine Nichte des späteren Kaisers Claudius. Sie gilt als ehrgeizig, stolz, mutig und machthungrig und hat nur ein Ziel vor Augen. Ihr Sohn muss Kaiser werden. Sein Vater, Gnaeus Domitius, entstammt einer alten römischen Adelsfamilie, die aufgrund ihrer roten Haare den Beinamen Ahenobarbus, zu deutsch Rotbart, trägt. Der junge Lucius erhält eine hervorragende Ausbildung. Er wird in Literatur, Latein und Mathematik unterrichtet. Das sollte die Grundlage für seine politische Zukunft bilden. Nach Vollendung seines zwölften Lebensjahres holt seine Mutter den berühmten Philosophen Seneca aus der Verbannung zurück, der von nun an den Unterricht des Jungen übernimmt. Luzius jedoch interessiert sich vor allem für Kunst und flüchtet vor dem strengen Lehrer häufig ins Theater. Als Luzius' Vater an Wassersucht stirbt, heiratet Agrippina ihren Onkel Claudius, den amtierenden Herrscher Roms. Im Jahr 50 nach Christus adoptiert dieser Luzius und verleiht ihm den Namen Nero. Durch die Einflussnahme seiner Mutter steht der Junge nach kurzer Zeit an erster Stelle der Thronfolge. Drei Jahre später fädelt die listige Agrippina eine Ehe zwischen ihrem 16-jährigen Sohn und der 12-jährigen Octavia ein, und 54 lässt sie ihren Mann Claudius vergiften. Damit kann ihr geliebter Sohn Nero endlich die Herrschaft übernehmen. Nero gilt zu dieser Zeit als herzlich, umgänglich und intelligent. Er besteht problemlos die Prüfungen der Praetorianer und der strengen Senatoren, die seine Ernennung zum Kaiser bestätigen müssen. Allgemein stößt seine Thronbesteigung auf große Begeisterung. Ein neues, goldenes Zeitalter wird erwartet. Die ersten Jahre der Regierung des jungen Nero kann man als eine Anlehnung an die Regierungsform des Kaisers Augustus sehen. Achtung vor dem Senat und den politischen Traditionen. Schlichtes und maßvolles Auftreten zeichnen ihn aus. Der kulturbegeisterte Nero ist Pazifist. Für Krieg und militärische Dinge hat er nichts übrig. Er übernimmt nie selbst das Kommando über das Heer. In der Außenpolitik verfolgt er eine defensive Strategie, beruhend auf Diplomatie und Abschreckung. Ein Problem, dem sich Nero zu Beginn seiner Regierungszeit aber doch stellen muss, sind die Unruhen in Britannien. Zunächst will er Britannien ganz aufgeben, kann sich aber gegen den kriegslüsternen Senat nicht durchsetzen. Nach Niederschlagung der Aufstände gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Politik der Vergeltung oder eine Politik der Versöhnung. Auf Neros Anweisung wird Britannien befriedet und wieder aufgebaut. Es kommt so zu einer vorsichtigen, aber effektiven Romanisierung Britanniens. Nero, der in der Geschichte als grausamer, wahnsinniger Tyrann beschrieben wird, scheint Kriege und Gewalt zu verabscheuen. Doch dadurch fehlt es an Kriegsbeute, die jedoch notwendig wäre, um die Staatskasse aufzufüllen. Die Steuerlast nimmt unter ihm enorm zu und die Legionen sind in einem desolaten Zustand. Todesstrafen verhängt Nero nur, wenn sie sich absolut nicht vermeiden lassen. Die meisten Verbrecher verurteilt er lieber zu Zwangsarbeit, während er dem Adel die Möglichkeit des Selbstmords einräumt. Er verbietet sogar, dass die Gladiatorenkämpfe bis zum bitteren Ende geführt werden. In seiner Regierungszeit fördert er die Naturwissenschaften, die Geografie und den Handel, ganz besonders aber Kunst und Kultur. Er organisiert Ausgrabungen in Kartago und eine Expedition zur Entdeckung der Nilquelle. Doch bereits im ersten Jahr seiner Regierung deuten sich Veränderungen in Neros Verhalten an. Der junge Britannicus, leiblicher Sohn des verstorbenen Kaisers Claudius und damit rechtmäßiger Erbe des Throns, wird kurzerhand mit Gift aus dem Weg geräumt, als er seine Ansprüche geltend machen will. Nero wendet sich mehr und mehr dem Komödienspiel und der Dichtung zu. Er organisiert immer neue Feierlichkeiten, Gladiatoren-Spiele und tritt als Sänger vor Verehrern und Freunden auf. Akrepina merkt, dass sie endgültig die Kontrolle über ihren Sohn verloren hat und versucht durch Intrigen, Verschwörungen und Bestechungen ihn, ihr eigenes Fleisch und Blut, zu stürzen. Nero fürchtet seine Mutter. Er setzt eine Untersuchungskommission ein, der auch Seneca angehört. Nachdem Akrepina nichts nachgewiesen werden kann, versucht Nero auf Drängen Senecas, sie mit einem Schiff versenken zu lassen. Der Plan misslingt. Daraufhin lässt er seine Mutter am 23. März 59 kaltblütig in ihrer Villa ermorden. Nero verliebt sich in Poppea Sabina. Sie fordert von ihm, dass er seine Frau Octavia verstößt. Kurz entschlossen lässt der Kaiser seiner kinderlosen Frau ein Verhältnis mit einem Sklaven anhängen und verbannt sie. Zwölf Tage später heiratet er seine Geliebte. Daraufhin kommt es in Rom zu schweren Unruhen und Aufständen. Aber als Nero erklärt, Octavia habe zusammen mit ihrem Geliebten versucht, ihn abzusetzen, ist das Volk beruhigt. Der Kaiser gibt den Auftrag seiner Ex-Frau, die Pulsadern aufzuschneiden und sie in heißem Dampf zu ersticken. Und das geschieht auch wenige Tage später. Mit Poppea hat Nero eine Tochter, Claudia, die jedoch vier Monate nach der Geburt stirbt. Als Poppea wieder schwanger ist, soll Nero ihr in einem Wutanfall in den Unterleib getreten haben, woraufhin auch seine zweite Frau stirbt. In der Nacht vom 18. zum 19. Juli 1964 bricht in Rom ein Feuer aus. Durch starken Wind, Dichte und hohe Bebauung kann es sich rasch ausbreiten und vernichtet innerhalb von neun Tagen einen Großteil der Stadt. Nero selbst soll das Feuer befohlen haben, um eine schönere und größere Stadt auf den Trümmern errichten zu können. Neropolis. Der Legende nach beobachtet er den Brand vom Palatin aus, spielt auf der Lyra und singt dazu eine Ode über Troja. Doch tatsächlich befindet sich Nero in seinem 50 Kilometer weit entfernten Geburtsort, während der Palast in Flammen steht. Außerdem sind Brände in dieser Zeit nichts Ungewöhnliches. Und der Grund für dieses verheerende Feuer liegt wohl eher in der Unvorsichtigkeit der römischen Bürger. Dennoch geht Kaiser Nero als Brandstifter in die Geschichte ein. Er macht kurz und bündig die damals noch junge Christengemeinde zum Sündenbock. Die Gläubigen sehen im ausschweifenden Leben der Römer ein Abbild von Sodom und Gomorra. Der Brand ist ihrer Meinung nach die gerechte Strafe Gottes gewesen. Also haben sie das Feuer gelegt. Nero lässt etwa 200 bis 300 von ihnen verhaften und foltern. Unter dem Druck der Schmerzen gestehen sie und werden zu grausamen Todesstrafen verurteilt. Die meisten Christen werden verbrannt, einige gekreuzigt, andere in der Arena den Tieren zum Fraß vorgeworfen. Doch es wird auch berichtet, dass einige bereits gestehen, bevor sie überhaupt festgenommen werden. Viele sehen sich zu dieser Zeit als Märtyrer und sind für ihren Glauben zu allem bereit. Apostel Paulus selbst äußert sich in seinem Römerbrief besorgt über den Extremismus dieser Glaubensbrüder und ermahnt sie, die Behörden nicht zu provozieren. Die ersten Christen finden unter Nero jedenfalls nicht wegen ihres Glaubens, sondern wegen Brandstiftung den Tod. Beim Wiederaufbau Roms lässt Nero breitere Straßen anlegen und beschränkt die maximale Höhe der Häuser, die nun alle eigene Mauern haben müssen, auf 25 Meter. Überall sorgt er für ausreichende Brandschutzmaßnahmen. Darüber hinaus zeigt sich Nero hilfsbereit gegenüber seinen Bürgern. Als Trost für die obdachlose, umherirrende Bevölkerung, berichtet ein Geschichtsschreiber, gab er das Marsfeld und die Bauwerke des Agrippa frei und ließ Behelfsbauten errichten, die die hilflose Menge aufnehmen konnten. Man schaffte Lebensmittel aus Ostia und den benachbarten Landstädten herbei und der Preis für das Getreide wurde bis auf 30 Sterzen heruntergesetzt, ein Sechzehntel des normalen Preises. Sich selbst lässt er ein riesiges, prunkvolles Anwesen mit großen Kunstschätzen und technischen Raffinessen errichten, das sogenannte Goldene Haus. Im Frühjahr 65 scheint alles wieder ruhig zu sein. Rom ist wieder aufgebaut, an den Grenzen des Reiches herrscht Frieden. Nur im Senat brodelt es. Dort erwartet man von einem Kaiser, dass er ausschließlich die Interessen des Adels vertritt. Doch dazu ist Nero nicht bereit. Ihm liegen das Volk und sogar die Sklaven am Herzen. Die Verschwörer sammeln sich hinter einem reichen Anwalt, der dem Neuadel angehört. Auch Seneca agiert im Hintergrund. Ein Kaisermord ist geplant. Am Abschlusstag der Spiele im Zirkus Maximus. Alles ist auf das Genaueste durchdacht. Aber einer der Verschwörer benimmt sich am Vortag so auffällig, dass der Plan auffliegt. Nero ruft den Ausnahmezustand aus und lässt Rom nach den Verschwörern durchsuchen. Der Rädelsführer begeht Selbstmord. Auch Seneca wird von seinem Kaiser zum Selbstmord gezwungen. Insgesamt werden 70 Personen beschuldigt. Es gibt 20 Todesurteile und 13 Verbannungen. Vier Offiziere werden aus dem Dienst entlassen. 19 Angeklagte werden freigesprochen. Aber es kommt nicht zu einem allgemeinen Blutbad. Und abschließend legt Nero alle Urteilsakten offen. 66 nach Christus reist er nach Griechenland, wo er an den panhellenischen Spielen teilnimmt. Ein Wunsch, den er schon als Kind hegte. Als Wagenlenker und Gitarrenspieler gewinnt er zahlreiche Siegesgrenze. Griechenland erhält dafür die Steuerfreiheit und die volle Selbstverwaltung. Die Einbußen an Einnahmen und das verschwenderische Leben des Hofes treiben den römischen Staat an den Rand des Pancrotts. Es kommt zu einem Aufstand. Die Führung in Afrika erklärt sich gegen Nero. Der in Spanien ansässige Galba präsentiert sich als Stellvertreter des Volks und Senats von Rom, um sie von der Tyrannei zu befreien. Nero hat nun fast alle gegen sich. Den Adel, die Intellektuellen und auch große Teile des Heeres. Da er die Truppen nie besucht und nach seiner militärischen Ausbildung keine Waffe mehr angerührt hat, empfinden die Soldaten keine Loyalität für den Kaiser. Die ehemals treuen Praetorianer sagen sich ebenfalls von ihrem Kaiser los. Der Senat ergreift die Chance, erklärt Nero zum Staatsfeind und bietet Galba die Herrschaft an. Nero flieht aus der Stadt. Als die Hescher sich seinem Zugfluchtsort nähern, stößt er sich, um einer Verhaftung zu entgehen, einen Dolch in die Kehle. Am 15. Juni 68 n. Chr. stirbt er im Alter von 30 Jahren. Qualis Artifex Pereo Was für ein Künstler geht mit mir zugrunde? Sind der Überlieferung nach Seine letzten Worte Nero ist eine der umstrittensten Personen der Weltgeschichte. Schon bald nach seinem Tod überwog die einhellige Ablehnung, ja, Verachtung seiner Persönlichkeit und seiner Politik. Vor allem christliche Autoren späterer Jahrhunderte prägten endgültig das Bild vom größenwahnsinnigen Tyrannen. Im Mittelalter wurde er sogar als Antichrist verteufelt. Versuche einzelner Schreiber ihm etwas Positives abzugewinnen, schlugen weitgehend fehl. Bis heute gilt Nero als der grausamste Kaiser Roms. Vielleicht zu Unrecht. Konstantin der Große 280 bis 337 n. Chr. Schweißgebadet wacht der Kaiser auf. Es ist die Nacht vor der großen Schlacht. Und schon wieder dieser seltsame Traum. Jagende Wolken und Feuer bedecken den Himmel. Dann taucht aus dem Nichts ein riesiges Kreuz auf, beschrieben mit den Worten, die er in seinen Träumen schon so oft gelesen hat. In hoc signo vincis. In diesem Zeichen wirst du siegen. Das Christus-Monogramm. Der römische Kaiser lässt das Zeichen auf seinen Standarten anbringen und ist siegreich. Das ist das Ende der grausamen Christenverfolgung. Konstantin, mit vollem Namen Flavius Valerius Konstantinus, wird um 280 als Sohn von Konstantius Chlorus und dessen Ehefrau Helena, der Tochter eines Gastwirts, in Illyrien, dem heutigen Serbien, geboren. Über seine Jugend ist nur so viel bekannt, dass er am Hof bei Kaiser Diokletian in Nicomedia, dem heutigen Ismit in der Türkei, erzogen wird. Zu jener Zeit wird das römische Imperium in einer Viererherrschaft, der sogenannten Tetrarchie, regiert. Neben zwei Kaisern, die den Ehrentitel Augustus tragen, gibt es zwei Unterregenten, die Cäsar genannt werden. 293 wird Konstantins Vater zum Cäsar ernannt und ist damit einer der wichtigsten vier Männer im römischen Reich. Um sich in der Kriegskunst zu üben, begleitet der junge Konstantin Kaiser Galerius, der zusammen mit Kaiser Diokletian die Viererherrschaft anführt, in einen Kampf an der Donau. 305 gelingt es ihm, seinen Vater in England aufzusuchen, wo er sich auf dessen Feldzug gegen die Pikten und Schotten so tapfer verhält, dass er nach dessen Tod von den Truppen zum Augustus, also zum Hauptkaiser, ausgerufen wird. Doch Konstantin begnügt sich mit dem Cäsarentitel, den ihm Kaiser Galerius verleiht. 307 lässt sich Konstantin von der Mutter seines Sohnes Crispus scheiden und heiratet Fausta, die Tochter des zurückgetretenen Kaisers Maximian. Als Cäsar regiert er die Provinzen Gallien und Britannien. Im Jahr 310 lässt Konstantin seinen Schwiegervater Maximian, der gegen ihn intrigiert, umbringen und erobert kurz darauf Spanien. Nach dem Tod des Kaisers Galerius muss er sich außerdem mit seinem Schwager Maxentius auseinandersetzen, der enorme Machtbesessenheit an den Tag gibt. Im Kampf um die Oberherrschaft im Römischen Reich erringt Konstantin im Jahr 312 an der Milbischen Brücke in Rom einen Sieg über seinen Schwager. Ein Triumph, der weitreichende Folgen hat. Der Legende nach erscheint ihm schon in Gallien und wiederholt in Rom im Traum das Christusmonogramm Inri, begleitet von den Worten »In hoc signo vinces«, in diesem Zeichen wirst du siegen. Daraufhin lässt Konstantin das Monogramm auf die Feldzeichen schreiben und siegt tatsächlich. Konstantin beginnt danach mit den ersten Begünstigungen der Christen, zum Beispiel durch Schenkung des Lateranpalastes an den römischen Bischof. 313 trifft Konstantin mit Licinius, dem Kaiser des Ostens, zusammen. Beide verabschieden das Toleranzedikt von Mailand, dass das Christentum den anderen Religionen gleichstellt und somit den Christen im ganzen Reich freie Ausübung ihrer Religion zusichert. Staatsreligion ist das Christentum damit aber nicht. Dies geschieht erst unter Theodosius I. Konstantin, der bereits früh zum Monotheismus neigte, also zum Glauben an nur einen Gott und das Christentum bereits seit seiner Jugend kennt, begünstigt die Christen in der Folgezeit jedoch immer mehr. Allerdings lässt sich daraus nicht zuverlässig ableiten, ob und wie weit er sich selbst mit dem Glauben identifiziert hat. Er bekennt sich nicht direkt und anfangs schon gar nicht öffentlich zum Christentum. Auf dem Triumphbogen, der seinen Sieg an der Milvischen Brücke feiert, fehlen zwar die sonst üblichen heidnischen Opfer, aber ebenso alle christlichen Symbole. Abgebildet sind dagegen die Siegesgöttin Viktoria und der römische Sonnengott. Bereits 316 gewinnt er im Streit mit Licinius Illyrien ein weiterer wichtiger Erfolg. Doch 320 beginnt sein Schwager Maxentius erneut die Christen zu verfolgen. Konstantin besiegt daraufhin seinen Mitkaiser und lässt ihn kurz darauf, trotz der Fürsprache von dessen Frau, hinrichten. Im selben Jahr ernennt Konstantin seine Mutter Helena und seine Frau Fausta zu Kaiserinnen. Als Alleinherrscher fördert er nun zunehmend das Christentum und lässt viele Kirchen bauen. So gehen auf ihn die Gründung der früheren Peterskirche in Rom, der Grabeskirche in Jerusalem, der Geburtskirche in Bethlehem, der nicht erhaltenen Sophienkirche in Trier sowie der Urbau der Apostelkirche in Konstantinopel zurück. Am 3. Juli 321 wird erstmals der Sonntag, der Dies Venerabilis Solis als gesetzlicher wöchentlicher Feiertag festgelegt und die Bischöfe erhalten richterliche Befugnisse. Vier Jahre später wird das Christentum der römischen Religion gleichgestellt. Eingezogener Besitz wird den Christen zurückerstattet. Im selben Jahr beruft Konstantin das Konzil von Nicea ein, das wesentliche Weichenstellungen für das Christentum bringt. Sein ehemals innig verehrter Sonnengott Sol Invictus, also der Unbesiegbare, muss dem Gott der Christen weichen. Konstantin verlegt seinen Regierungssitz in den Osten, in die alte griechische Stadt Byzans, das heutige Istanbul. Prächtig ausgebaut wird er 330 feierlich eingeweiht. Die neue Hauptstadt wird erst offiziell als Neu-Rom bezeichnet, aber bald Konstantinopel genannt. Das alte Rom, schon seit Jahrzehnten nur noch pro forma Hauptstadt, verliert damit weiter an Bedeutung. Aus politischer Sicht ist Konstantins Entscheidung nachvollziehbar. Die strategische Lage der neuen Hauptstadt ist ungleich besser. Sie liegt an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt und ist von der gefährdeten Donaugrenze im Norden und der Ostgrenze etwa gleich weit entfernt. Zudem ist sie besser geschützt und liegt aus wirtschaftlicher Sicht gesehen im weitaus wichtigeren Teil des Reiches, im Osten. 326 kommt es zu einer privaten Tragödie. Konstantin tötet seinen ältesten Sohn Crispus und kurz darauf seine Frau Fausta. Die Erklärungen dafür variieren. Nach einer Geschichte soll Fausta Crispus beschuldigt haben, ihr nachzustellen, worauf Konstantin seinen Sohn tötet. Als er dann feststellt, dass die Anklage falsch war, bringt er auch die Urheberin der Intrige, seine eigene Ehefrau, um. Im Nachhinein bereut er den Vorfall sehr und hält seine Taten für eine Todsünde. Im Osten sind zu dieser Zeit die Christen zahlreicher als in Rom. So kann Konstantin sich in den letzten 14 Jahren seiner Regierung leichter offen als Christ bezeichnen. Seine Protektion der Christen löst sogar zahlreiche Bekehrungen bei Hofe aus. 325 beruft der Inizäer das erste ökumenische Konzil ein. Grund hierfür ist ein Streit der Christen um die Dreieinigkeit Gottes. Während ein Großteil der Christen glaubt, dass Jesus Christus als Gottes Sohn seinem Vater wesensgleich ist, vertritt der Theologe Arius die Ansicht, dass ein Mensch mit Gott nicht wesensgleich sein kann. Konstantin bringt als Kompromissvorschlag ein, dass eine Wesensähnlichkeit zwischen Vater und Sohn bestehe. Doch das Konzil lehnt diesen Vorschlag ab und entscheidet sich mit dem Bekenntnis von Nicea klar gegen Arius. Konstantin, der weniger theologische als politische Ziele verfolgt, schickt Arius in der Hoffnung auf eine Konsolidierung des Reiches in die Verbannung. Der Streit um Arius ist dadurch jedoch nicht beigelegt. Unter dem Einfluß seiner Schwester Konstantia, des Hofbischofs, und seines Biografen Eusebius von Caesarea wechselt Konstantin die Seiten und lässt Arius aus der Verbannung zurückrufen. Anschließend folgt laut Überlieferung ein Ereignis, das so allerdings wohl nie stattgefunden hat, die sogenannte Konstantinische Schenkung, nach der er von Papst Silvester getauft wird und diesem bzw. der katholischen Kirche zahlreiche materielle und immaterielle Privilegien zuspricht. Bereits im 10. Jahrhundert für eine Fälschung gehalten, wird diese Überlieferung im 15. Jahrhundert endgültig widerlegt. Im Jahr 332 schlägt Konstantin die Goten und sichert die Donaugrenze ab. Konstantin treibt auch sonst zahlreiche Maßnahmen zur Stabilisierung seiner Grenzen voran. Die schon vorher eingeleitete Heeresreform wird unter ihm abgeschlossen. So gibt es von nun an ein regelrechtes Bewegungsheer und ein Grenzheer. Auch das Amt des Heermeisters wird von Konstantin geschaffen, ebenso etliche neue Hofämter. Im Inneren hält Konstantin jedoch am Kurs seines Lehrmeisters Diokletian fest, nämlich an der sakralen Stellung des Kaisertums und der Bindung der Bauern an ihr Land. Kurz vor Beginn eines Feldzugs gegen die Sassaniden erkrankt Konstantin schwer und stirbt bald darauf am Pfingstfest 337 bei Nicomedia. Wie es damals üblich ist, hatte sich Konstantin erst kurz vor seinem Tod von einem Bischof taufen lassen. Seine drei Söhne, Konstantin II., Konstantius und Konstanz, hatte er schon früh zu Cäsaren ernannt. Diesen Titel erhielt 335 auch sein Neffe Dalmatius. Bestattet wird Konstantin in der Apostelkirche in Konstantinopel. Bei der Eroberung durch die Türken 1453 verschwinden seine Reliquien und tauchen nie wieder auf. Nach dem Tod Konstantins kommt es zu einem Blutbad innerhalb der Familie. Unter seinen Söhnen herrscht Bruderkrieg. Als bedeutende Gestalt in einer entscheidenden Epoche der Geschichte ist Konstantin später sowohl von der Kirche als auch von Kirchengegnern instrumentalisiert worden, um unterschiedliche Sichtweisen zu begründen. Dabei wurden jedoch von beiden Seiten Argumente aufgeführt, die bis heute historisch nicht belegbar sind. Unklar ist beispielsweise, was Konstantin unter Christentum verstand. War er persönlich gläubiger Christ? Und seit wann? Auf welcher theologischen Seite stand er? Oder war er gleichgültig gegenüber beiden theologischen Richtungen? Sein Biograf Eusebius war ihm sehr dankbar für das Ende der Christenverfolgungen, die er selbst erlebt hatte, und schildert ihn als sehr heiligen Christen. Nach dem erwähnten Triumphbogen an der Milwischen Brücke und auch nach späteren Münzen ist er jedoch kein reiner Christ. Es gibt einige Hinweise auf den ebenfalls monotheistischen Mithras-Kult, dem er angehört haben könnte. Jedenfalls zeigte er sein Christentum im überwiegend heidnischen Westen nicht offen. Im mehrheitlich christlichen Osten stellte er sich als Christ dar und bezeichnete sich als Isapostolos, als den Aposteln gleich. In beiden Fällen bleibt offen, was berechnende Politik und was Ausdruck wahren Glaubens war. Daneben gibt es aber auch Hinweise, dass er sich ganz traditionell als Gott-Kaiser gesehen hat, wobei durchaus denkbar ist, dass er sich trotzdem als Christ fühlte und sich einfach nicht so sehr um theologische Feinheiten kümmerte. Fraglos ist die Hinwendung zum Christentum bei Konstantin, anders als bei seiner Mutter Helena, weniger durch Bekehrung und durch Glaubenstiefe begründet, vielmehr steht wohl die Überlegung im Vordergrund, mit der Anerkennung des damals schon weit verbreiteten und sich durchaus resistent zeigenden Christentums wieder einen einheitlichen ideologischen Überbau zu schaffen. Seine Handlungen waren allesamt vom Ziel geleitet, die Macht auszubauen. Alle Mitkaiser, selbst die eigene Frau, ließ er zu diesem Zweck ermorden. Trotz alledem hat die Entscheidung Konstantins für das Christentum die Geschichte der Kirche und Europas bis heute geprägt. Im Byzantinischen Reich war Konstantin das Ideal eines gerechten und starken Herrschers. In der orthodoxen Kirche wird er als Heiliger verehrt. Sein Fest wird am 21. Mai gefeiert. In der katholischen Kirche ist er zwar im Kalender aufgeführt, gilt aber nicht als Heiliger, vermutlich wegen der Verlegung der Hauptstadt nach Konstantinopel. Rein politisch gesehen gilt er heute unumstritten als einer der Architekten des spätantiken römischen Staates und als der Wegbereiter für das Imperium Romanum Christianum. Attila, 395 bis 453 nach Christus. Sein offizieller Titel war Prinz und Herrscher der Schwarzen Bulgaren. Doch seine Feinde nannten ihn nur die Geißel Gottes. Mit seinen Hunden zog er wie ein böser Geist über Europa. Er unterwarf ganze Völker und versetzte die Menschen in Angst und Schrecken. Auf ihren Kriegszügen töteten die Hunden wahllos Frauen, Männer und Kinder. Die einzige Möglichkeit, am Leben zu bleiben, war die Flucht. Sie alle haben kompakte, feste Glieder und einen breiten Nacken, beschreibt der römische Geschichtsschreiber Amjan, die Krieger aus der Steppe. Sie sind von so monströser und ungestalter Hässlichkeit, dass man sie für zweibeinige Bestien halten könnte. Doch wer waren Attila und seine Hunden wirklich? Und woher kamen sie? Die Herkunft der Hunden ist bis heute noch nicht eindeutig geklärt. Es gibt keine schriftlichen Quellen und die archäologischen Fundstücke, Waffen, Kleiderreste und Grabbeigaben lassen auf keine bestimmte Herkunft schließen. Alte chinesische Quellen berichten von Nomadenkriegern, die sie Xianghu nannten. Lange Zeit werden sie für die Vorfahren der Hunden gehalten. Doch die neueste Forschung sagt etwas anderes. Die Hunden können nicht in Verbindung mit den Völkern stehen, die im zweiten Jahrhundert vor Christus im Steppenraum nördlich des chinesischen Reiches gelebt und gekämpft haben. Vielmehr sollen sie irgendwann vor dem Kaukasus aufgetaucht sein und sich um einen chinesischen Kern gruppiert haben. Ihr Zug nach Westen löste einen Flüchtlingsstrom aus, der später als große Völkerwanderung bezeichnet wird. Vor allem die schwachen Kaiser des geteilten Römerreiches fürchten die Steppenreiter aus dem Osten sehr, denn als die Hunden die Donau erreichen, hat das römische Reich seine Blütezeit schon hinter sich und die Soldaten haben Mühe, die Grenzen zu sichern. Deshalb versuchen die römischen Kaiser, sich die Hunden mit Goldzahlungen vom Leib zu halten. Besonders gefürchtet sind die Waffen der Hunden. Zunächst einmal das Schwert. Es ist im Nahkampf die wichtigste Waffe und wird von den Hunden meisterlich beherrscht. Schon die Kinder werden daran ausgebildet. Den Toten wird es sogar mit ins Grab gelegt. Auf diese Weise soll der Krieger auch über den Tod hinaus beschützt und die bösen Mächte sollen abgewehrt werden. Eine noch wirksamere Waffe ist der Reflexbogen. Seine Krümmung ist anders als bei einem normalen Bogen. Das Holzstück ist so bearbeitet, dass es seine Form auch bei Spannung beibehält. Durch kleine Knochenstücke, um die die Sehne gewickelt wird, entsteht eine Spannung, die selbst bei einem leichten Zug zu einer enormen Kraftentwicklung führt. Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Der Krieger muss sich nicht mit weit auseinanderstehenden Beinen auf den Boden stellen, sondern kann vom Pferderücken ausschießen. Ein weiterer Vorteil der Hunden ist ihre Schnelligkeit, da sie durch die Jagd ständig in Übung sind. Dadurch sind sie auch im Reiten wahre Meister. Die schnellen, wendigen Pferde dienen aber auch als Milch- und Fleischquelle, eine nahezu perfekte Versorgung. Mit einem Satz, das Steppenvolk scheint unbesiegbar. Doch nun zum charismatischsten Führer der Hunen. Attila. Attila wird um 395 geboren und kommt mit etwa 15 Jahren als Geisel an den königlichen Hof von Ravenna. Geiseln zwischen verschiedenen Völkern auszutauschen, ist in jenen Tagen üblich. Man wählt hierfür die Söhne hochgeborener Adeliger. Sie werden an den Höfen fast wie eigene Söhne gehalten und wachsen oft auch zusammen mit den Sprösslingen des dortigen Königs auf. Sinn dieses Geiselaustausches ist es, den Frieden abzusichern und plötzliche Angriffe auszuschließen, die zum Tode der Geisel hätten führen können. Im Austausch mit Attila hatten die Römer Aetius, den fünf Jahre älteren Spross aus dem Kaisergeschlecht der Flavia, den Hunnen, übergeben. In Ravenna lernt Attila die Kultur und die Sprache der Römer kennen. Kurz vor dem Tod des hunnischen Großkönigs Ruga kommt Attila aus der Geiselhaft frei. Zusammen mit seinem Bruder Bleda tritt er die Nachfolge Rugas an. Da eine gemeinsame Herrschaft aber auch eine Teilung des Reiches bedeutet, tötet Attila seinen Bruder kurzerhand und übernimmt die Alleinherrschaft. Der neue Herrscher über das Hunnenreich fordert von seinen Untertanen absolute Treue. Er will andere Völker erobern und das Reich der Hunnen vergrößern. Dies kann ihm nur gelingen, wenn seine Mannen bedingungslos zu ihm stehen. Dabei baut Attila vor allem auf zwei Dinge. Zum einen auf den alten Glauben der Hunnen. Zum anderen auf einen Personenkult, der auf ihm selbst beruht. Behilflich ist ihm dabei ein ganz besonderes Schwert, das einst in den Weiten der Steppe gefunden wurde. Angeblich gehörte es dem Kriegsgott Mars. Durch seine überirdische Herkunft verleiht es seinem Träger unbesiegbare Kräfte. Im Zuge seiner Eroberungen bekommt sein Reich immer mehr Zulauf von kriegs- und beutellustigen Kämpfern. Attilas Eroberungspolitik kennt bald keine Grenzen mehr. Kaum ein Ort ist vor seinen Überfällen und Plünderungen sicher. Auch befestigte Städte bieten keinen Schutz mehr vor ihm und seinen Horden. Attila setzt Katapulte, hohe Türme, Ramböcke und anderes Kriegswerkzeug ein, die es möglich machen, eine von Mauern umgebene Stadt einzunehmen. Allein im Jahr 447 erobert Attila über 60 befestigte Orte. Ein römischer Geschichtsschreiber berichtet darüber. Attila legte nahezu ganz Europa in Schutt und Asche. So reicht das Hunnische Reich im Jahr 448 n. Chr. vom Schwarzen Meer bis zum Mittelmeer. Attilas Königs Sitz liegt zwischen den Flüssen Donau und Theis im heutigen Ungarn. Der Palast ist ganz aus Holz gebaut und von starken Palisaden umgeben. Einzige Ausnahme ist ein Badehaus aus Stein im klassischen Stil als Zeichen der Nähe zum römischen Imperium. Im Inneren des Palastes wohnen hochrangige Militärs. Die einfachen Krieger leben vor den Toren. Attila hat auch Schreiber an seinem Hof, die in Griechisch und Lateinisch die Post an die europäischen Kaiserhöfe verfassen. Das Bild von den primitiven Barbaren stimmt also nicht ganz. Der Hunnische Hofstaat ist straff strukturiert mit festgelegten Ämtern, mehrsprachigen Diplomaten und erfahrenen Kriegern und Jägern. Attila hat immerhin den Großteil seiner Jugend im römischen Imperium verbracht. Dabei hat er während seiner Geiselhaft viel gelernt, neben dem Umgang mit den Herrschern auch, wie ein Reich erfolgreich zu führen ist. Dies beweist er, als es zum ersten Mal zu Problemen mit den Römern kommt. Ein neuer Kaiser, Markian I., gelangt 450 an die Spitze des oströmischen Reiches und stoppt umgehend die üppigen Tributzahlungen an Attila, der dadurch zu einem Krieg gezwungen werden soll. Man stellt sich in Byzanz auf einen langen Kampf ein. Doch Attila greift nicht an. Stattdessen richtet er sein Interesse nach Westen, an den Hof von Ravenna. Und das aus gutem Grund. Im Palast von Ravenna, der Hauptstadt des weströmischen Reiches, lebt Honoria, die Schwester des Kaisers. Sie erwartet völlig unstandesgemäß ein Kind von einem Diener. Ihr Bruder ist empört und ordnet unverzüglich die Hochzeit mit einem der Senatoren und die Tötung des Dieners an. Doch die junge Frau wehrt sich und besinnt sich auf ihre eigenen politischen Kontakte und Möglichkeiten. Honoria schreibt einen Brief und gibt ihn einem Boten. Der soll ihn zum Hunnenkönig Attila bringen, dem mächtigsten und meist gefürchteten Herrscher jener Zeit. Als Attila den Brief in den Händen hält, traut er seinen Augen nicht. Honoria bietet sich ihm als Frau an, wenn er sie rette. Als Mitgift bringe sie das weströmische Reich in die Ehe ein. Zur Unterstreichung ihrer Ernsthaftigkeit legt sie dem Brief einen Ring bei. Wie ein Lauffeuer spricht sich die Offerte der Kaiserschwester im römischen Reich herum. Die Senatoren in Rom sind entsetzt. Ein Barbar als neuer Herrscher West Roms? Niemals! Die Hochzeit wird offiziell verboten. Attila ist darüber sehr wütend und ruft seine Krieger zum Angriff auf. Ziel ist das reiche Gallien. Anfang des Jahres 451 machen sich die Hunnen von Ungarn aus auf den Weg. Sie plündern Städte, machen zahllose Gefangene und verwüsten ganze Landstriche. Am 7. April erreicht Attila die Gegend um Metz und wütet mit Feuer und Schwert. Die christliche Kirche nutzt die Gelegenheit und stellt den Hunnenkönig als Geißel Gottes dar, gesandt um die Menschen für ihre Sünden zu bestrafen. Die Römer reagieren spät und schicken General Aetius gegen Attila in die Schlacht. Der scheint der ideale Mann für diese Aufgabe. Aetius war einst als Austauschgeisel bei den Hunnen. In dieser Zeit lernte er ihre Strategien kennen und knüpfte wichtige Kontakte. Auch mit der Waffentechnik der Hunnen wurde er bestens vertraut. Und als Aetius Jahre später innenpolitisch in Bedrängnis geriet, unterstützten ihn die Hunnen sogar mit Hilfstruppen. Zum Dank belohnt er das Nomadenvolk mit der Provinz in Pannonien, ein Gebiet im heutigen Ungarn. Doch nun sind aus Freunden Feinde geworden. Aetius' Aufgabe ist es, das Weströmische Reich zu verteidigen. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit. Sowohl Attila als auch Aetius versuchen, ihre Armeen zu verstärken und bitten andere Völker um Hilfe. Dem Römer gelingt es, neben den Burgundern die Westgoten auf seine Seite zu ziehen. Für Attila ein schwerer Schlag. Hatte er doch auf die Hilfe der Goten gehofft. An Attilas' Seite stellen sich die Gepiden, Rugias Weben und Sarmaten. Er schwört seine Krieger auf einen harten Kampf ein. Zwar mussten die Hunnen bisher noch nie eine Niederlage einstecken, doch diesmal herrscht Unsicherheit in den eigenen Reihen. Noch kurz vor der Schlacht wechseln einige Krieger die Seiten. Im Spätsommer 451 kommt es zur entscheidenden Schlacht. In der Nähe von Orléans stehen sich die beiden Gegner auf den katalonischen Feldern gegenüber. Beide Truppenverbände sind etwa gleich groß. Die Hunnen greifen an. Doch Aetius hat von den Hunnen viel gelernt und setzt selbst Bogenschützen, die traditionellen Waffen seiner Gegner ein. Es beginnt ein furchtbares Gemetze, Stunde über Stunde. Schließlich gelingt den Westgoten die Umzingelung der Hunnen. Attilas' Soldaten sitzen in der Falle. Doch sie geben nicht auf. Es entsteht eine Pattsituation mit großen Verlusten auf beiden Seiten. Die Schlacht auf den katalonischen Feldern geht als Geisterschlacht in die Geschichte ein. Um nicht noch weitere Verluste hinnehmen zu müssen, lässt Aetius den Hunnenkönig ziehen. Dieser kehrt frustriert um und lässt seine Truppen in der Po-Ebene wüten. Er ist auch weiterhin durchaus imstande, befestigte Städte zu erobern und große Beute zu machen. Durch die Plünderungen fühlen sich Rom und die christliche Kirche bedroht. Als Attila an Mantua vorbeizieht, besucht ihn Papst Leo I. Er weiß, dass Attila bereits Mailand und Bergamo geplündert hat und schlägt ihm vor, Gefangene frei zu kaufen. Doch die Hunnen sind zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr imstande zu kämpfen, und an Rom gar nicht interessiert. Attilas Männer werden von Seuchen und Krankheiten heimgesucht. Die Malaria fordert viele Tote. Einziges Ziel ist jetzt noch, die Beute sicher nach Hause zu bringen. Der Rückzug beginnt. Gut ein Jahr nach der Schlacht, im Jahr 453, feiern die Hunnen eine Hochzeit ihres Königs. Nach zahllosen Frauen, wie es in seinem Volk der Brauch ist, heiratet Attila eine junge germanische Prinzessin namens Ildiko. Es ist keine Liebesheirat. Attila will die politischen Beziehungen zu den Germanen festigen. Das könnte sogar gelingen, wenn, ja, wenn diese Hochzeitsnacht nicht auch seine letzte Nacht gewesen wäre. Attila stirbt, betrunken, an einem Blutsturz. Er wird von seinen Kriegern in seidenen Tücher gehüllt und in einen Sarg aus Gold und Silber gelegt. Dann wird er begraben. Nach seinem Tod bricht das Hunnenreich schnell auseinander. Die Söhne Attilas versuchen zwar noch, seine Gefolgsleute auf sich selbst einzuschwören, doch es gelingt ihnen nicht. Die bislang unterdrückten Völker rebellieren gegen die Hunnen und es kommt zum Bürgerkrieg. Viele hunnische Krieger schließen sich anderen Steppenvölkern an und verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Die Hunnen hinterließen ein Machtvakuum. Das römische Reich war nicht in der Lage, es auszufüllen, denn es stand selbst kurz vor seinem Untergang. Die germanischen Völker übernahmen die Herrschaft in Europa. Attila, der sagenumwobene Hunnenkönig, der Schrecken Europas, die Geißel Gottes, die Gräuelgeschichten über ihn dienten damals vor allem dazu, ein abschreckendes Bild eines Volkes aufzubauen, das als Bedrohung empfunden wurde. In seiner Grausamkeit unterschied Attila sich nicht von vielen anderen Herrschern und Heerführern seiner Zeit. Mohammed, 570 bis 632 nach Christus Die drei großen monotheistischen Weltreligionen, die wir heute kennen, sind das Judentum, das Christentum und der Islam. Alle drei Religionen haben ihren Ursprung in der arabischen Wüste und hängen deshalb auf vielfache Weise miteinander zusammen. So zählt das Christentum zu seinen heiligen Büchern auch das Alte Testament der Juden. Der Islam kennt neben den jüdischen Propheten auch die christlichen Johannes und Jesus. Jerusalem ist allen gemeinsam eine heilige Stadt und alle glauben an den einen Vater, egal ob dieser Yahweh Gott oder Allah heißt. Doch trotz all dieser Gemeinsamkeiten sind es genau diese drei Weltreligionen, die sich seit Jahrhunderten immer wieder als Todfeinde bekämpfen und in deren Namen immer wieder Kriege geführt werden, die mit dem Attribut heilig versehen sind. Selbst heute, im aufgeklärten 21. Jahrhundert, sind die Krisenherde der Welt, in denen es vermeintlich um den rechten Glauben geht, nicht zu stillen. Der bekannteste Vertreter des Islam ist Mohammed. Um 570 nach Christus in Mekka geboren, gehört er wohl dem Stamm der Quraysh, einem führenden Aristokratengeschlecht, an. Er ist der einzige Sohn von Abdallah und Amina, die beide kurz nach seiner Geburt sterben. Zunächst wächst der Junge beim Großvater auf. Mit acht Jahren kommt er zu seinem Onkel, Abu Talib. Da Mohammeds Eltern trotz der aristokratischen Herkunft verarmt sind und ihm kein Erbe hinterlassen können, muss er schon früh für seinen Lebensunterhalt arbeiten. Er wird von seinem Onkel zunächst als Hirte und später als Kameltreiber eingesetzt. Eine schulische Ausbildung erhält er nicht und lernt so weder Lesen noch Schreiben. Zeit seines Lebens bleibt er Analphabet. Über die Jugendjahre Mohammeds ist nur wenig bekannt. Einigen Überlieferungen zufolge begleitet er die Karawane seines Onkels auf deren Handelsreisen in den Norden, wo er erstmals mit einem christlichen Mönch zusammentrifft. Dieser verwickelt den Jungen in ein Gespräch und erzählt ihm von seinem Glauben an nur einen Gott. Für Mohammed ist dies eine seltsame Vorstellung. Denn in seiner Heimat werden zu dieser Zeit mehrere hundert Götter verehrt. Für jeden Stamm, jedes Anliegen und jedes Bedürfnis gibt es eine Statue, der Opfer dargebracht werden. Dass alle Bitten von einem einzigen Gott erhört werden sollen, erscheint dem Jungen kaum möglich. Mit 20 Jahren tritt Mohammed in Mekka in den Dienst der reichen Witwe Khadija ein. Obwohl bildliche Darstellungen von Mohammed fehlen, gibt es Quellen, die besagen, dass er ein schöner junger Mann mit langen Wimpern und einem klugen und freundlichen Gesicht war. Auch wird ihm nachgesagt, dass er stets auf einem Stück Holz herumkaute, um seine Zähne weiß und gesund zu erhalten. Und dass er niemals das Haus verließ, ohne sich zuvor gründlich gewaschen und mit duftenden Salben einbalsamiert zu haben. Kein Wunder also, dass sich die erheblich ältere Frau in Mohammed verliebt und ihn fünf Jahre später heiratet. Die Ehe der beiden, aus der vier Töchter hervorgehen, soll sehr glücklich gewesen sein. Mohammed avanciert durch diese Verbindung zu einem Mitglied der Oberschicht, lebt das Leben eines treuen Ehemannes und zeigt seine Qualitäten als hervorragender Händler. Ausgedehnte Geschäftsreisen führen ihn bis nach Syrien und in den Jemen. Doch trotz seines erheirateten Reichtums und seiner bedeutenden Stellung in der Gesellschaft Mekkas fühlt sich Mohammed zu etwas anderen Berufen. Bisweilen verlässt er deshalb die Familie und zieht sich für einige Tage in einsame Höhlen des Berges Hira zurück, um zu meditieren. Das Elend der Armen, die Ungerechtigkeit der Herrschenden und das Ungenügen eines Lebens, in dem das Geld im Mittelpunkt steht, bedrücken ihn zunehmend. Immer wieder trifft er in dieser Zeit auch mit Christen und Juden zusammen, die auf ihren Handelsreisen durch Mekka ziehen. Der tiefe Glaube, der von diesen Gemeinschaften ausgeht, beeindruckt ihn sehr. Er hat großen Respekt vor Religionen, die sich auf heilige Bücher beziehen und ein geschriebenes Wort als Grundlage haben. Trotzdem schließt er sich weder der einen noch der anderen Religion an, sondern verrichtet nach wie vor die in Mekka üblichen Tempelzeremonien. Als Mohammed 40 Jahre alt ist, erscheint ihm bei einer seiner Meditationen in den Bergen der Erzengel Gabriel, der ihm sagt, dass er der Gesandte Allahs und damit beauftragt sei, Allahs Wort unter die Menschen zu bringen. Mohammed ist geschockt von dieser Vision und eilt nach Hause, um seiner Frau Khadija von seinem Erlebnis zu berichten. Khadija glaubt ihren Mann und unterstützt ihn dabei, seine ersten Anhänger um sich zu scharen. Drei Monate muss Mohammed nun warten, bis er erneut eine Erleuchtung hat. Immer wieder erscheint ihm Gabriel, der Verkünderengel, in den Jahren bis zu seinem Tode, um ihm die Botschaften Allahs zu überbringen, die der Prophet an seine Anhänger weitergibt. Doch die Predigten Mohammeds führen schnell zu Unmut unter den Arabern. Allah, der künftig als einziger Gott verehrt werden soll, ist den Pilgern in Mekka wohl bekannt. Der schwarze Stein, das Zentrum des Wallfahrtsortes, soll im Auftrag dieses Allah von Abraham hierher gebracht worden sein. Doch eben dieser schwarze Stein ist den Arabern Suspekt. Obwohl der Stein eigentlich der Mittelpunkt der Beduinenwallfahrten sein sollte, umgehen sie seine direkte Anbetung und opfern lieber ihren eigenen Götzenbildern. Diese Götzen bitten sie um Regen und Fruchtbarkeit, gute Handelsgeschäfte und Geldsegen. In engem Zusammenhang mit den Wallfahrten stehen auch stets die Handelsgeschäfte. Nach den Opfergängen begeben sich die Beduinen direkt auf den Marktplatz, um ihre mitgebrachten Waren zu verkaufen. Diese Verquickung von Wallfahrt und feilschendem Handel prangert Mohammed an, seinen Predigten zufolge müssen die Gedanken während der Wallfahrt ganz bei Allah sein und dürfen nicht von Raffgier und Habsucht abgelenkt werden. Darüber hinaus fordert der selbsternannte Prophet auch die Freilassung der Sklaven, die sich die Karawanentreiber seit Jahrhunderten zu Diensten hielten. Ebenso verbietet er die Tötung erstgeborener Töchter und predigt Milde gegenüber Armen und die Unterstützung Hilfebedürftiger. Das ist zu viel für die Araber. Während sie sich anfangs über Mohammed lustig machten, lenkt er nun ihren ganzen Hass auf sich. Wie kann er es wagen, im Auftrag eines Gottes alle arabischen Traditionen zu verbieten und ihre bisherige Lebensweise derart zu verteufeln? Vor allem die Mekkaner wollen nichts von den neuen Regeln Mohammeds wissen. Die Stadt lebt schließlich von all dem, was dieser Irre plötzlich verbieten will. Öffentliche Anfeindungen werden zur Regel. Kinder ziehen ihn am Bart, was unter Arabern als größte Beleidigung gilt. Erwachsene bewerfen ihn mit den Eingeweiden frisch geschlachteter Tiere und beschimpfen ihn lautstark. Doch Mohammed bleibt ruhig. Nichts kann ihn von seiner Lehre abbringen. Als 619 seine einflussreiche Frau Khadija stirbt, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Ausgerechnet in dieser ohnehin gefährlichen Zeit hat Mohammed seine bedeutendste Vision. Mit leuchtenden Augen berichtet er seinen Zuhörern, dass er in den Himmel aufgefahren sei und das Paradies gesehen habe. Er erzählt von seiner Begegnung mit Moses und Abraham, von blühenden Gärten, duftenden Blumen, prächtigen Obstbäumen und verführerischen Jungfrauen. Im Brustton der Überzeugung verkündet er, dass jeder, der sich seiner Religion anschließe, nach dem Tode in dieses Paradies gelangen werde. Es kommt zu Tumulten und Aufständen in Mekka. Der Ältestenrat beschließt den Tod des wahnsinnigen Predigers. Mitglieder der fünf mächtigsten Clans wollen Mohammed gemeinsam erstechen. Doch dieser erfährt rechtzeitig von dem geplanten Attentat und kann zusammen mit seinen engsten Anhängern fliehen. Staubig, in zerfetzter Kleidung und mit erschöpften Kamelen erreichen die Flüchtenden schließlich die kleine Oasenstadt Jadrit, die später Medina, Stadt des Propheten, heißen wird. Hier lässt sich die neu gegründete Glaubensgemeinschaft nieder. In Medina gibt es zu dieser Zeit bereits eine große jüdische Gemeinde, die viele Auffassungen und Forderungen Mohammeds teilt, sodass er dort keine Anfeindungen befürchten muss. Vielmehr ist es so, dass sich im Laufe der Zeit einige jüdische Gläubige der mohammedanischen Gemeinschaft anschließen. Da von nun an die Anhängerschaft Mohammeds stetig größer wird, bei der Flucht aus Mekka waren ihm keine hundert Menschen gefolgt, gilt das Jahr 622 als das Gründungsjahr des Islam und als der Beginn der islamischen Zeitrechnung. Doch trotz des großen Zuspruchs, den Mohammed in Medina erhält, gesiegt hat er noch lange nicht. Zunehmend kommt es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den neuen Anhängern des Islam und Ungläubigen, die mit ihren Karawanen durch Medina ziehen. Obwohl Mohammed Frieden und Versöhnung predigt, billigt er diese Kämpfe, da sie nach seinem Verständnis der Verteidigung des Glaubens an Allah dienen. Immer mehr wird Mohammed neben einem religiösen Oberhaupt auch der politische Anführer des Islam. Um seine Herrschaft weiter auszubauen, heiratet er in den kommenden Jahren 14 Frauen, die allesamt aus einflussreichen Familien stammen. So sichert er neben der eigenen Nachkommenschaft auch den ständigen Zuwachs seiner Glaubensgemeinschaft, wodurch sich der Islam in Medina immer weiter ausbreitet. Die Juden und Christen, die bisher hier lebten, ziehen sich weitgehend aus der Stadt zurück, da Mohammeds Forderungen immer radikaler werden und er neben Allah keinen anderen Gott mehr duldet. Die Offenbarungen, die Mohammed in diesen Tagen empfängt, beziehen sich immer häufiger auf das praktische Leben. Sie enthalten Hygiene- und Essensvorschriften, Regeln Erbschafts-, Steuer- und Rechtsfragen und verbieten, nachdem betrunkene Gläubige im Gebetshaus erschienen sind, auch den Genuss von Alkohol. Als sich mehrere tausend Gläubige zu Mohammed bekennen, predigt er schließlich den Heiligen Krieg, der Mekka von den Ungläubigen befreien und zum Zentrum des Islam machen soll. Systematisch baut Mohammed nun eine Armee auf, in der eiserne Disziplin marsch. Zunächst greift sein Heer Wüstenstämme an, die mit Mekka verbündet sind, um die Stadt von außen zu schwächen. Er lässt Wasserstellen zuschütten, um so die Versorgung Mekkas durch Karawanen zu verhindern und die Stadt auszuhungern. Nach mehreren Angriffen gelingt es ihm schließlich, 630 seine Geburtsstadt zu erobern. Auf einem weißen Kamel zieht er stolz, gefolgt von 10.000 Männern, in Mekka ein. Umgehend lässt er alle heidnischen Götzenbilder und Tempelanlagen zerstören und erklärt die Stadt zur heiligen Stätte des Islam. Er vollzieht die von nun an für jeden Moslem vorgeschriebenen Rituale und trägt seinen Anhängern auf, die Gemeinschaft stets in seinem Sinne fortzuführen. Anschließend kehrt er nach Medina zurück. Bis zu seinem Tode 632 bleiben ihm noch zwei Jahre, die er nutzt, um den neuen Staat aufzubauen. Unter seinem Befehl wird nach und nach ganz Arabien erobert und seinem Glauben unterworfen. Damit seine Krieger nicht dem Blutrausch verfallen, ordnet er jedoch an, Frauen, Kinder und Greise bei den Überfällen zu verschonen. Darüber hinaus müssen auch Soldaten, die sich in Kampfhandlungen befinden, fünfmal am Tag Gen Mekka beten. Religiöse und weltliche Ordnung sind von diesem Zeitpunkt an unauflöslich miteinander verbunden. Der Koran selbst, das heilige Buch des Islam, der die Offenbarungen Mohammeds enthält, wird erst 20 Jahre nach dessen Tod vollendet. Seitdem sind seine Gebote und Verbote, die rituellen Vorschriften, die Gesetze, die Gebete und Legenden für alle Gläubigen des Islam verbindlich. Mohammeds erste Nachfolger werden aus seinem engsten Freundeskreis gewählt. Sie nennen sich Kalifen und machen es sich zur Aufgabe, die Botschaft des Propheten mit Feuer und Schwert in die Welt zu tragen. Innerhalb weniger Jahrzehnte ziehen sie mit ihren Heeren über Afrika und Spanien bis nach Frankreich. Von Stund an herrscht bis in die heutige Zeit immer wieder Krieg zwischen den drei großen Weltreligionen, die doch bei genauer Betrachtung so vieles gemeinsam haben. Karl der Große, 742 bis 814 nach Christus. Als Karl der Große im Jahr 814 stirbt, erstreckt sich sein Reich von den Pyrenäen bis zur Elbe, von der Ostsee bis nach Süditalien. Seit dem Zerfall des Weströmischen Reiches, gut 300 Jahre zuvor, hat es in Europa keine derartige Ballung von Macht mehr gegeben. Geleitet wird Karl der Große von der Vision eines unter der christlichen Kirche Roms vereinten Europa. Dafür kämpft er sein Leben lang. Die Wirkung Karls, der schon zu Lebzeiten den Beinamen der Große erhält, lässt sich in ihrer Bedeutung kaum abschätzen. Er ist der eigentliche Gründerheld des Mittelalters. Seine Krönung ist der Grundstein des abendländischen Kaisertums, das bis weit in die säkulare Neuzeit reicht. Er bringt sozusagen den Samen für eine spätere europäische Kulturgemeinschaft zum Keimen. Ja, in gewisser Hinsicht bildet seine Herrschaft die Grundlage für die heutige europäische Einheit. Keine 100 Jahre vor Karl dem Großen war das Schicksal Europas völlig ungewiss. Nach dem Ende des Weströmischen Reiches gab es ein ständiges Aufeinanderprallen kriegerischer Völker im Kampf um die Eroberung instabiler Gebiete. Dem unaufhaltsam scheinenden Ansturm der Araber hatte Europa zunächst nichts entgegenzusetzen. Erst im Jahre 732 gelang es dem Franken Karl Martell, den Arabern in der Schlacht bei Tour und Portier, Einhalt zu gebieten. Seine Zeitgenossen rühmen ihn, den Großvater Karls des Großen, als Retter des Abendlandes, der das christliche Europa vor der muslimischen Eroberung bewahrt hat. Zehn Jahre nach dieser epochalen Weichenstellung wird Karl der Große als unehelicher Sohn Pippins des Kurzen geboren. Seine Mutter Bertrada, eine fröhliche und sorglose Frau, ist 20 Jahre jünger als ihr Geliebter. Erst vor der Geburt des zweiten Sohnes Karl Mann vermählt sich Pippin mit ihr. Als Karl neun Jahre alt ist, nimmt sein Vater den Titel »König der Franken« an. Die eigentliche Macht hält er da schon längst in Händen. Bereits Pippin strebt danach, ein großes Reich zu vereinen. Er stirbt jedoch bereits im Alter von 53 Jahren, ohne sein ehrgeiziges Vorhaben zu Ende gebracht zu haben. Zunächst muss Karl sich Reich und Königstitel mit seinem Bruder Karl Mann teilen. Als dieser nur drei Jahre später stirbt, stellt Karl die Einheit des Fränkischen Reichs wieder her. Über das Nachfolgerecht der Söhne Karl Manns setzt er sich einfach hinweg. Karl ist 29 Jahre alt, als er im Jahr 771 zum Alleinherrscher des Fränkischen Reiches wird. Fast ein halbes Jahrhundert lang wird er in seiner Würde nicht angefochten werden. Karl der Große ist schon äußerlich eine imposante Erscheinung. Er ist von breiter Statur und mit einer Größe von 1,92 Meter überragt er fast alle seine Zeitgenossen. Der König verabscheut den Luxus seidener Kleider, er trägt Hemd und Leinenwams des fränkischen Volkes. Karl fühlt sich dazu berufen, die Regentschaft des wahren christlichen römischen Reiches zu übernehmen. Dieses Reich beruht in der Überzeugung Karls auf der Kraft der Franken, der ihnen von Gott und dem heiligen Petrus übertragenen Mission. Das Festhalten am Papsttum ist für Karl ein wesentlicher Faktor. Er weiß, dass der Papst eine unschätzbare religiöse Autorität darstellt, die ihm bei der Umsetzung seiner Pläne helfen wird. Schon sein Vater Pippin übt als Patricius Romanus die Rolle eines Schutzherrn der römischen Kurie aus. Im Jahr 772 bittet der neu gewählte Papst Hadrian I. Karl um Hilfe. Desiderius, der König der Langobarden, hatte seine Interessen bei der Papstwahl nicht durchsetzen können. Nun zieht er seine Truppen vor Rom zusammen. Karl der Große lässt Desiderius gegenüber keinen Zweifel daran, dass dies einen Casus belli, einen Kriegsgrund darstellt. und setzt seine Truppen gegen Rom in Bewegung. Desiderius zieht Karl Richtung Alpen entgegen, um ihm den Weg abzuschneiden. Doch er kommt zu spät. Das fränkische Heer steht bereits in Italien und besiegt die Truppen des Langobarden. Während Desiderius in einem Kloster festgesetzt wird, verleibt sich Karl das Herrschaftsgebiet seines Gegners ein und beansprucht fortan auch den Titel des Königs der Langobarden für sich. Gleichzeitig erneuert Karl der Große eine Gebietsschenkung seines Vaters an den Papst und übernimmt nun seinerseits die Schutzherrschaft über den Kirchenstaat. Die Pyrenäen stellen zur Zeit Karls des Großen die südwestliche Grenze des Abendlandes dar, denn die iberische Halbinsel zählt fast vollständig zum Herrschaftsbereich der Araber. Da bittet der Emir von Barcelona Karl um Unterstützung gegen den Kalifen von Cordoba. Als Gegenleistung soll Karl das maurische Saragossa erhalten. Voller Eifer macht sich Karl auf einen seiner unglücklichsten Feldzüge. Als seine Truppen Saragossa erreichen, erwartet sie nicht die angekündigte Kapitulation, sondern erbitterter Widerstand. Als sich gleichzeitig im Osten des Frankenreiches die Sachsen erheben, wird die Belagerung abgebrochen. Auf dem Rückzug über die Pyrenäen wird die von Karls Lieblingsneffen Roland geführte fränkische Nachhut vernichtet. Im Rolandslied, einem der bekanntesten Epen aus der Zeit Karls des Großen, wird dem tapferen Heerführer ein literarisches Denkmal gesetzt. Überhaupt erleben im 8. und 9. Jahrhundert Kunst, Literatur und Architektur einen ungemeinen Aufschwung. An seinem Hof versammelt Karl der große, angesehene Gelehrte seiner Zeit. Er selbst versteht das Lateinische. Schreiben kann er jedoch nicht. Mühsam krümmen sich seine Finger zur Unterschrift. Bildung heißt für Karl vor allem Bildung des Klerus. Er bemüht sich um eine bessere Ausbildung der Geistlichen und eine Erneuerung des klösterlichen Lebens. Studien der klassischen Antike und der Theologie werden wieder aufgenommen. Latein als offizielle Sprache eingeführt. Eine Entwicklung, die als die karolingische Renaissance bezeichnet wird. Im Nordosten des Fränkischen Reiches zwischen Rhein und Elbe leisten die heidnischen Sachsen über Jahrzehnte zähen Widerstand gegen Christianisierung und Frankisierung. Als fränkische Truppen Irmensul das bedeutendste Heiligtum der Sachsen zerstören, kommt es 772 erstmals zum offenen Aufstand. Nach mehreren Feldzügen scheint Karl dem Großen die Unterwerfung der Sachsen geblüht. Doch 782 bricht erneut der sächsische Widerstand los mit Herzog Widukind als Anführer. Karl der Große reagiert mit brutaler Repression. So sollen an einem einzigen Tag in Pferden an der Aller 4500 Anhänger Widukinds enthauptet worden sein. Bald sind die Aufständischen am Ende ihrer Kräfte und Widukind stellt sich dem fränkischen König. Karl lässt den stolzen Sachsen hinrichten. Nicht ohne ihn zuvor noch taufen zu lassen. Bis 804 flammen immer wieder Aufstände auf. Am Ende stehen jedoch die Christianisierung der Sachsen und ihre vollständige Eingliederung in das Fränkische Reich. 788 wird auch das Herzogtum Bayern endgültig dem Fränkischen Reich einverleibt, nachdem Herzog Tassilo III. versucht hatte, sich von Karl zu lösen. Weitere Feldzüge führen Karl von Bayern aus auf slawisches Gebiet. So gewaltig war schon zu Lebzeiten Karls Name in der slawischen Welt, dass sich daraus ihr Wort für König Kral bildete. Die eroberten Gebiete sichert Karl der Große militärisch und politisch durch Marken ab. In diesen Grenzbezirken herrscht jeweils ein Markgraf mit fast diktatorischer Vollmacht. Solche Marken zur Grenzsicherung sind im Osten die Sächsische, die Sorbische und die Bayerische, im Süden und Westen die Friaulische, die Spanische und die Bretonische Mark. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts hat Karl der Große weite Teile Europas politisch und glaubensmäßig unter seiner Herrschaft geeint. Die Verwaltung eines so großen in ethnischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht heterogenen Gebietes stellt eine Herausforderung dar, der Karl mit einer Modernisierung der Rechtspflege und Reichsverwaltung begegnet. Mit den Kapitularien führt er eine weitgehend einheitliche Rechtsprechung ein, die fränkische Grafschaftsverfassung dehnt er auf das gesamte Reichsgebiet aus. Gleichzeitig passt er sie, das zeigt sein staatsmännisches Geschick, regionalen Gegebenheiten an und setzt auch einheimische Adelige als Grafen ein. Anstelle von Stammesherzögen verwalten nun Königsboten eine Anzahl von Grafschaften im Namen des Königs. Mittelpunkt des Reiches ist der Hof, also der ständig wechselnde Aufenthaltsort des Königs. Als Unterkunft hat er überall im Reich Pfalzen errichten lassen. Immer häufiger verbringt er seine Zeit in seinen drei Lieblingspfalzen Aachen, Ingelheim und Niemwegen. Besonders Aachen lässt er über Jahrzehnte zu einer Monumentalpfalz ausbauen. Dort wird er auch seine letzte Ruhestätte finden. Im Zuge der Reformen bildet sich eine karolingische Reichsaristokratie heraus. Adelige, die über Ämter und Lehen an Karl gebunden sind, dürfen sich stammesübergreifend zu den Großen des Reiches zählen und haben ein Interesse an der Erhaltung der Reichseinheit. Vor allem die Kirche stellt Karl in den Dienst, die Einheit des Reiches zu erhalten und zu stärken. Er gründet zahlreiche neue Bistümer, wobei er sich das Recht vorbehält, die Bischöfe selbst zu ernennen. So wundert es nicht, dass unter Karl dem Großen ein fränkisch-christliches Reichsbewusstsein erwächst, ein Bewusstsein auch um die beherrschende Rolle des fränkischen Königreichs im Abendland. Früher oder später muss es daher zwangsläufig zum Zusammenstoß mit Byzanz kommen. Karl dem Großen schwebt eine Koexistenz von Oströmischem und Fränkischem Reich vor. Für sich erstrebt er Gleichheit in Rang und Würde mit dem Kaiser, in Byzanz. Dazu braucht er den römischen Papst auf seiner Seite. Rechtlich gehören auch in den letzten Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts Rom und der Kirchenstaat noch zu Byzanz. Noch war der byzantinische Kaiser im Verständnis weiter Teile der Welt ein oberster Herrscher, der Papst ihm untergeordnet als eine Art Reichsbischof. In Europa findet dieser Anspruch Ostroms immer weniger Anerkennung. So lässt der Papst zu dieser Zeit seine Urkunden nicht mehr in byzantinischen Regierungsjahren datieren, sondern nach denen Karls des Großen. Damit wird deutlich, wie sich die Verhältnisse an der Wende zum 9. Jahrhundert wirklich darstellen. Der 795 bricht Karl der Große nach Rom auf, um in das Gerichtsverfahren gegen die Widersacher des Papstes einzugreifen. Am Weihnachtstag des Jahres 800 krönt Papst Leo der Dritte zur Überraschung der Anwesenden Karl den Großen in der römischen Peters Basilika zum Kaiser. Da ist der Frankenkönig 58 Jahre alt und auf dem Höhepunkt seiner Macht. Seit der Absetzung des Romulus Augustulus im Jahre 476 hatte in Westeuropa niemand mehr diesen Titel geführt. Ob die Kaiserkrönung auch für Karl unerwartet kam, oder ob sie doch seit längerem geplant war, darüber gehen die Meinungen auseinander. Von Karl dem Großen ist jedenfalls die Bemerkung überliefert, er hätte Weihnachten 800 niemals die Kirche betreten, wenn er um das Vorhaben des Papstes gewußt hätte. Einerseits will Karl der Große den Eindruck vermeiden, dass die Kaiserkrönung einen päpstlichen Anspruch auf eine Oberautorität geistlicher, kirchlicher, spiritueller Art begründet, die über der Würde und dem Amt des Kaisers stehen. Auch möchte Karl eine direkte Konfrontation des oströmischen Kaisers in Byzanz vermeiden, doch auf den muss die Krönung Karls zum Kaiser wie ein Überfall wirken, denn Byzanz sieht sich als alleinigen Erben des römischen Reiches. Einen römischen Kaiser kann es nur einmal geben und der residiert folglich in Byzanz. Andererseits ist Karl der Große einer Kaiserkrönung durchaus nicht abgeneigt und hat sich mit seinen Beratern sicher schon einige Zeit Gedanken darüber gemacht. Für sie steht fest, dass er als Kaiser der lateinischen Christenheit die mühselige Einigung der so unterschiedlichen Stämme und Landschaften seines Reiches besser voranbringen könnte. Aber der Frankenkönig will eine solche Krönung in seiner eigenen Regie sehen, gut vorbereitet von seinen politischen und kirchlichen Beratern. Nun war aber den Franken sehr zu ihrem Groll nur eine Statistenrolle zugefallen. Sie hatten an jenem Weihnachtstag nichts zu tun und nichts zu sagen. Karl der Große versteht sich als Kaiser eines erneuerten römischen Reiches. Dieses Imperium Romanum hat jedoch nicht nur eine politische Dimension. Es soll vor allem ein Imperium Christianum sein. Die Einheit von Kirche und Reich wird zur Staatsdoktrin. Nach seiner Krönung zum Kaiser widmet sich Karl vor allem der Sicherung der Grenzen seines Frankenreichs. Er verteidigt die christlichen Gebiete auf der iberischen Halbinsel gegen die Mauren, das Reich im Osten gegen die Germanen, den Donauraum gegen die Slaven und die Küsten gegen die Dänen und Schweden. Bis zuletzt ist er um freundschaftliche Beziehungen zum Hof in Byzanz bemüht, zwei Jahre vor seinem Tod wird Karl dem Großen schließlich die Anerkennung seiner Kaiserwürde durch das Oströmische Reich zuteil. Byzanz akzeptiert notgedrungen die Existenz zweier Kaiserreiche. Karl verzichtet im Gegenzug auf die Bezeichnung römischer Kaiser. Dennoch verstärkt sich die Entfremdung zwischen Westeuropa identisch mit dem Einflussgebiet der Papstkirche und dem von Byzanz und der Ostkirche. zwischen beiden Reichen baut sich eine kulturelle, kaum noch durchdringliche Grenze auf. Karl der Große verfügt in seinem Testament, das Reich unter seinen drei Söhnen aufzuteilen. Doch dazu kommt es nach dem vorzeitigen Tod der Söhne Pippin 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 Karel nicht. Ein Jahr vor seinem Tod ernennt er seinen einzig verbliebenen Sohn Ludwig in Aachen zum Mitkaiser. Am 28. Januar des Jahres 814 stirbt Karl der Große im Alter von 71 Jahren dort in seiner Lieblings Residenz. Noch am selben Tag wird er in der Pfalzkapelle beigesetzt. Das Fränkische Reich, das Karl der Große geeint hat, wird schon bald in mehrere Bestandteile zerfallen. Aus dem Westfränkischen Reich wird Frankreich hervorgehen, das Ostfränkische Reich wird Teil der deutschen Geschichte. Der Name Karl der Große oder Charlemagne wie ihn die Franzosen nennen, wird über die Jahrhunderte zur Verkörperung des großen abendländischen Herrschers. Ein Mythos, der bis heute fortdauert. Wilhelm der Eroberer 1028 bis 1087 Alles scheint verloren. Die nomannischen Truppen unter Wilhelm dem Bastard stehen kurz vor einer Niederlage. Dabei hatte die Schlacht von Hastings so viel versprechend begonnen. Den Engländern stand nur ein kleiner Teil ihres Heeres zur Verfügung und doch haben sie es geschafft zwei Attacken der Normannen abzuwehren. Es geht sogar das Gerücht um, dass deren Anführer Wilhelm gefallen sei. Doch plötzlich wendet sich das Blatt. Für alle sichtbar und ohne Helm reitet Wilhelm über das Schlachtfeld und brüllt Ihr verschenkt den Sieg! Da sammeln sich die bereits flüchtenden Normannen wieder und schlagen noch einmal los. In wenigen Stunden sind die Engländer besiegt. Damit ist der Weg frei für Wilhelm, den man später auch den Eroberer nennen wird. Wilhelm wird 1028 in Valais als unehelicher Sohn des normannischen Herzogs Robert des Ersten und der Tochter eines einfachen Gerbers geboren. Seine frühe Kindheit liegt im Dunkel. Wahrscheinlich verbringt Wilhelm sie bescheiden bei seinem Großvater mütterlicherseits in Valais. Damals vor allem als der Bastard bekannt, ist er für die Nachfolge seines Vaters als Herzog der Normandie nicht vorgesehen. Erst als dieser nach neun Regierungsjahren 1034 den Entschluss fast auf eine Pilgerfahrt nach Jerusalem zu gehen, kommt der zu der Zeit sechsjährige Wilhelm als möglicher Nachfolger ins Gespräch. Die Gefahren, die eine solche Pilgerreise mit sich bringt, sind enorm. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich gegen die Pläne des Herzogs große Widerstände regen. Man wirft ihm vor, keinen Erben zu haben. Da versucht Robert die Feudalherren zu überreden, Wilhelm möglich scheint den Herzog von seiner Pilgerfahrt abzuhalten, stimmen sie widerwillig zu und schwören schließlich dem kleinen Wilhelm die Lehnstreue und den Gehorsam. Kurz darauf verlässt Herzog Robert die Normandie, in die er nie zurückkehren wird. Im Juli 1035 stirbt er auf seiner Reise nach Jerusalem. Der erst siebenjährige Wilhelm wird somit Herzog der Normandie. Wie nicht anders zu erwarten, regt sich unter den Feudalherren schnell Widerstand gegen die Herrschaft des minderjährigen Bastards. Obwohl alle ihm Treue geschworen hatten, versuchen sie nun ihm die Macht zu entreißen. Seine Beschützer und Berater kommen sämtlich gewaltsam ums Leben. In der Normandie herrscht Aufruhr. Als der französische König Heinrich I. davon erfährt, eilt er Wilhelm zu Hilfe. Er hatte doch Wilhelm als berechtigten Erben Roberts I. anerkannt und seine Zustimmung zur Nachfolgeregelung gegeben. Er kann es deshalb nicht dulden, dass Wilhelm kurz nach seinem Amtsantritt gestürzt werden soll. Um den Jungen zu schützen, fordert Heinrich seine Lehnsherrenrechte auf das Herzogtum ein. Für die Dauer von Wilhelms Minderjährigkeit übt der König nun unmittelbare Rechte auf die Normandie aus und betrachtet den kleinen Herzog als seinen besonderen Schützling. Als Wilhelm jedoch volljährig wird und die Herrschaft über sein Herzogtum selbst übernimmt, ist die wohlbehütete Zeit unter dem Schutz des französischen Königs vorbei. Die Jahre ab 1740 sind von größter Bedeutung für die Geschichte der Normandie. Den Auftakt bildet ein Aufstand, der fast die herzogliche Macht vernichtet. Darauf folgt eine zweite Krise, in der sich Wilhelm nicht nur einem feindlichen Bündnis seiner eigenen Vasallen, sondern auch einem Bund der französischen Lehnsleute unter der Führung des Königs entgegenstellen muss. In seinen jungen Jahren befindet sich der Herzog somit fast ununterbrochen im Kriegszustand. Erst Jahre später entspannt sich die Lage wieder. Wilhelm erweist sich in dieser Zeit als äußerst entschlusskräftig. Er beginnt Führungseigenschaften zu zeigen, die noch spätere Generationen stark beeindrucken werden. Um 1049 wird eine Heirat zwischen Wilhelm und Mathilda, der Tochter des Grafen von Flandern, geplant. Dieses Vorhaben steht anfangs jedoch unter einem schlechten Stern. Als Papst Leo IX davon erfährt, verbietet er die Verbindung, da Wilhelm und Mathilda Cousin und Cousine fünften Grades sind. Doch trotzig widersetzt sich der junge Herzog der päpstlichen Anordnung und führt seine Braut vor den Altar. Man schreibt das Jahr 1051. Nach 1054 wird das normanische Herzogtum sehr stark. Zu keinem anderen Zeitpunkt war die Normandie so sicher vor Angriffen wie jetzt. Wilhelm ist knapp über 30, hoch gewachsen und außerordentlich stark. der Befehlshaber und ein Held auf dem Schlachtfeld. Seine Macht ist auf dem Höhepunkt. Er kann im ganzen Herzogtum Gesetze erlassen und innerhalb seiner Grenzen Recht sprechen. Er kann Geld prägen und eigene Steuern erheben. Darüber hinaus steht ihm als Herrscher der Normandie auch ein Heer zur Verfügung. Am 5. Januar 1066 stirbt der englische König Edward ohne Nachkommen. Kurz vor seinem Ableben hatte er Wilhelm zu seinem Nachfolger bestimmt. Doch Harold von Wessex und König Harald Hadrada von Norwegen bekunden ebenfalls Interesse am englischen Thron. Sie wollen sich dem Willen des verstorbenen Königs nicht beugen. Kurzerhand lässt sich Graf Harald von Wessex bereits einen Tag nach dem Tod Edwards selbst zum König krönen. Wilhelm sieht die Machtergreifung Haralds als persönliche Beleidigung und als politische Herausforderung. Die Zeichen stehen auf Krieg. Um sein Herzogtum nicht ohne Herrscher und den Großteil der Streitmacht zurückzulassen, ergreift Wilhelm besondere Sicherheitsmaßnahmen. Er überträgt seiner Frau Mathilda und seinem 14-jährigen Sohn Robert für die Zeit seiner Abwesenheit besondere Verantwortung. Robert wird auf einer Versammlung der Feudalherren feierlich als Erbe des Herzogtums eingesetzt. Die wichtigsten Männer der Normandie schwören ihm die Treue. Im Frühjahr 1066 wird mit dem Bau von Schiffen begonnen. Wilhelm muss sich beeilen, denn auch der selbst gekrönte König Harald zieht an die Westküste Englands, um sie gegen den normannischen Angriff zu rüsten. Wilhelms mächtige Vasallen versammeln sich mit ihren im Kriegsdienst stehenden Pächtern. Sie bilden den Kern des Heeres. Aus vielen Ländern strömen Freiwillige herbei, größtenteils Söldner. Aus dieser bunten Truppe eine disziplinierte Streitmacht zu machen, ist Wilhelms dringlichste Aufgabe. Am 12. August ist die Flotte startklar und nur durch den schmalen Kanal Wilhelm untersagt jegliche Form der Plünderung und versorgt seine Truppen großzügig. Seinem Rivalen Harold gelingt dies nicht. Und nach Wochen des Wartens wird klar, dass er sein Heer nicht länger zusammenhalten kann. Harold's Truppen beginnen sich aufzulösen. Er selbst zieht sich nach London zurück. Viele seiner Schiffe gehen auf der Rückreise unter. Die Südküste liegt nun ohne Verteidigung da. Wilhelm wartet nur noch auf günstigen Wind, um endlich los zu segeln. Doch während der Wartezeit ändert sich die Lage. Der norwegische König startet seinen Angriff auf England. Er trifft mit 300 Schiffen am Fluss Thain ein, wo er noch Unterstützung aus Schottland erhält. Gemeinsam ziehen die Truppen nach York. Am 20. September 1066 findet die erste der drei großen englischen Schlachten Stadt, aus der der Norweger Harald Hadrada als Sieger hervorgeht. Der englische König Harald bricht sofort mit seinem gesamten Heer nach Norden auf. In Stamford trifft er auf den norwegischen Feind und greift an. Harald siegt. Der Norweger Hadrada und seine schottischen Verbündeten kommen bei der Schlacht ums Leben. Nun wird für König Harald die Zeit knapp. Er muss es rechtzeitig an bevorstehende Landung Wilhelms abzuwehren. Er lässt seine erschöpften Truppen nach der Schlacht zwei Tage in York verschnaufen. In dieser Zeit kommt günstiger Wind auf. Wilhelm sticht in See und landet bei Hastings, das einen hervorragenden Hafen hat und strategisch günstig liegt. Er verwüstet das Umland, um seine Feinde zum Angriff zu provozieren. Inzwischen erreicht auch Harald die Gegend um Hastings, Wilhelm davon erfährt, schlägt er los. Wilhelm gewinnt die Schlacht. Harald wird getötet. Der normannische Herzog befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn. Nach seinem Sieg kehrt Wilhelm nach Hastings zurück und lässt seine Truppen ausruhen. Fünf Tage später bricht er wieder auf. Bis Ende November schafft er es, Herr über den Südosten Englands zu werden. Der Norden und die Hauptstadt isoliert London, da es zum Stürmen zu groß ist und setzt seine Eroberungen trotzdem fort. Nach kurzer Zeit ergeben sich die hohen Herren des Landes und unterwerfen sich. Der Weg nach London ist nun frei. Wenige Tage vor Weihnachten zieht er in seine neue Hauptstadt ein. Am Weihnachtstag 1066 wird Wilhelm Herzog der Normandie in der Westminster Abtei nach altem englischen Brauch zum König ganz England den Land Frieden und beginnt sofort mit dem Bau einer Festung dem späteren Tower. Anfang März 1067 ist sich Wilhelm seiner Macht so sicher, dass er England einigen treuen normannischen Feudalherren anvertrauen und selber in die Normandie zurückkehren kann. Es folgen eine Reihe von Aufständen, die er allesamt niederschlägt und Pfingsten 1068 hält Wilhelm in Westminster großen Hof. Seine Frau Mathilda wird feierlich zur Königin gekrönt. Doch im Sommer des folgenden Jahres nimmt der skandinavische Widerstand geballte Formen an und wird zur Bedrohung. Ein großes skandinavisches Heer befindet sich in England und wird durch mächtige sächsische Feudalherren unterstützen. Wilhelm handelt schnell und mit großer Wucht. Er schlägt die Skandinavier in die Flucht und zieht weiter um die restlichen Aufstände niederzuschlagen. Unbarmherzig verwüstet er unterwegs das Land. So ist der Widerstand bald gebrochen. Anfang 1073 muss Wilhelm wieder in die Normandie, da hier die Opposition immer stärker wird. Ausgerechnet sein Sohn Robert, gerade mal 25 Jahre alt, lässt sich von den Gegnern seines Vaters überreden und bittet Wilhelm ihm die unabhängige Macht über die Normandie und Maine zu übertragen. Doch der König lehnt weise ab. Robert ist gekränkt und verlässt sofort den Hof seines Vaters. Er versucht mit einem großen Gefolge die Stadt Rouen in seinen Besitz zu bringen, jedoch erfolglos. Wilhelm reagiert und befiehlt die Gefangennahme der Rebellen. Robert und viele seiner Anhänger fliehen daraufhin aus der Normandie. Auf eine solche Gelegenheit hatte der französische König Philipp schon lange gewartet und schickt Robert seine Truppen zu Hilfe, die sich in eine Burg zurückziehen. Wilhelm belagert die Festung drei Wochen lang, schafft es aber nicht, sie einzunehmen. Nach anschließenden Verhandlungen versöhnen sich Vater und Sohn zwar wieder, das Verhältnis bleibt aber geschwächt. 1082 bekommt Wilhelm erneut Ärger mit einem Mitglied der Familie. Er gerät in Streit mit seinem Halbbruder Odo von Bayeux, der Papst werden will, und lässt ihn einsperren. Ein Jahr später stirbt seine Frau Mathilda, die er über alles liebt, am 2. November 1083. Ein ruhiger Lebensabend ist Wilhelm nicht vergönnt. Die letzten Jahre seines Lebens bringen eine Krise nach der anderen. Die erste wird auf das Jahr 1085 datiert, als Knut IV. die skandinavischen Ansprüche auf England erneuert. In Frankreich unterstützt König Philipp weiterhin Wilhelms Sohn Robert, der immer noch mit seinem Vater im Streit liegt. Und sein Halbbruder Odo hetzt die englischen und normannischen Untertanen Wilhelms zum Verrat auf. Diese Bedrohungen und die Trauer um seine geliebte Frau lassen den König schnell altern. Seine Gesundheit verschlechtert sich. Doch seine Willenskraft ist ungebrochen. Er handelt schnell und lässt englische Küstengebiete verwüsten. Er überquert mit einem riesigen Heer aus Fußvolk und Reiterei den Kanal und verteilt sein Heer über die Güter seiner Lehnsleute. Dann kommt Wilhelm noch einmal Fortuna zu Hilfe. Der Norweger Knut stößt bei seinen Untertanen auf immer größeren Widerstand und Unzufriedenheit. In den folgenden Unruhen wird er gefangen genommen und im Juli 1086 ermordet. Damit ist dieser Feldzug beendet, bevor er richtig begonnen hat. Die Lage aber bleibt brenzlig. Sein Sohn Robert rebelliert wieder und sein Halbbruder Odo hetzt immer weiter gegen den König. Zuletzt nutzt König Philipp Wilhelms Abwesenheit und nimmt seine kriegerischen Aktivitäten in Frankreich wieder auf. Wilhelm segelt also wieder über den Kanal und startet den letzten und auch blutigsten Feldzug seines Lebens. Er verwüstet mit einer großen Streitmacht große Teile des Landes. Die Stadt Monde, in die sich die feindlichen Truppen zurückziehen, lässt er so gnadenlos schleifen, dass es dort heute kaum mehr Spuren von Bauten aus dem 11. Jahrhundert gibt. Aber diese Eroberung wird Wilhelms letzte militärische Tat. Bei dem Ritt durch die Stadt spürt er ein heftiges Ziehen in seinen Eingeweiden. Die Schmerzen werden von Tag zu Tag schlimmer. Familie und Freunde versammeln sich um sein Krankenbett. Nur sein Sohn und sein Halbbruder fehlen. Wilhelm stirbt langsam und qualvoll, ist aber bis zum Schluss bei klarem Verstand. Er veranlasst eine großzügige Almosenverteilung und ermahnt alle Anwesenden auf die Erhaltung des Rechts und die Bewahrung des Glaubens zu achten. Schließlich befiehlt er alle Gefangenen freizulassen. Er erklärt sich nach einiger Überredung bereit, die Normandie seinem rebellischen Sohn Robert zu überlassen. Den englischen Thron vermacht er aber seinem zweiten Sohn, ebenfalls einem Wilhelm. Danach empfängt der König die letzte Ölung und das Abendmahl vom Erzbischof von Rouen. Er stirbt in den frühen Morgenstunden des 9. September 1087 und wird in der Abtei St. Etienne zu Caen beigesetzt. Dort erinnert noch heute eine Gedenktafel am Boden an Wilhelm den Eroberer, den großen König, dessen normannische Dynastie England fast ein Jahrhundert lang beherrschte. Friedrich Barbarossa 1122 bis 1190 Fünf Jahre ist es her, dass er, Friedrich Barbarossa, deutscher Kaiser und mächtigster Herr der Christenheit, vor seinem Vetter Heinrich dem Löwen auf die Knie gefallen war. Er flehte um Waffenhilfe gegen das aufrührerische Mailand. Doch der Herzog von Sachsen und Bayern lehnte den Beistand ab. Ohne die Ritter des mächtigen Löwen hatte Friedrich keine Chance gegen den verhassten Lombard. Pöbel. Nun war jedoch die Zeit der Genugtuung gekommen. Fünf lange Jahre hatte Barbarossa darauf gewartet. Mit triumphierendem Lächeln hält er Heinrich dem Löwen seinen Schnabelschuh aus rotem Samt entgegen. Vor den versammelten deutschen Fürsten muß der ewige Quertreiber seinem Kaiser die Füße küssen. Als Zeichen der absoluten Unterwerfung. Der rebellische Löwe ist damit ein für allemal kalt gestellt. Friedrich, wegen seines rötlich schimmernden Bartes auch Barbarossa genannt, wird etwa 1122 in Weiblingen geboren. Seine Eltern gehören den beiden verfeindeten Hauptadelsgeschlecht an der damaligen Zeit an. Sein Vater Friedrich II., Herzog von Schwaben, ist Hohenstaufer. Seine Mutter Judith entstammt dem Geschlecht der Welfen. Mit 27 Jahren wird Friedrich Barbarossa Nachfolger seines verstorbenen Vaters als Herzog von Schwaben. Fünf Jahre später wird er in Frankfurt am Main zum römisch-deutschen König gewählt. Einmütig bestimmen ihn die deutschen Fürsten zum Nachfolger des verstorbenen Königs Konrad III. Sie hoffen, Friedrich werde aufgrund seiner sowohl staufischen als auch welfischen Herkunft eine Politik des Ausgleichs zwischen diesen verfeindeten Geschlechtern betreiben. Die Krönung nimmt im März des Jahres 1152 der Kölner Erzbischof in der Pfalzkapelle zu Aachen vor. Drei Jahre später, es ist der 18. Juni 1155, krönt Papst Hadrian IV. Barbarossa während seines ersten von insgesamt sechs Italien Feld Zügen zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Doch schon bald kommt es zum Bruch zwischen Kaiser und Papst. Friedrich kann den Vertrag von Konstanz, den er 1153 mit Papst Hadrian geschlossen hatte, nicht erfüllen. Demnach hätte er gegen die Normanen in Unteritalien vorgehen müssen. Die Folgen dieses Vertragsbruchs sind weitreichend. Der Papst wechselt die Seiten und schließt mit den Normanen den Vertrag von Benevent. 1157 kommt es während des Reichstags von Besançon zum Eklat. In einem Brief des Papstes wird das Kaisertum als Beneficium bezeichnet. Dieses lateinische Wort kann sowohl mit Lehen als auch mit Wohltat übersetzt werden. Friedrichs Reichskanzler Reinhard von Dassel übersetzt es mit Lehen, wogegen die anwesenden päpstlichen Gesandten keinen Einspruch erheben. Friedrich ist empört und zwingt Papst Hadrian dazu öffentlich zu bekunden, dass der Begriff in diesem Zusammenhang als Wohltat und nicht als Lehen zu verstehen ist. Widerwillig erfüllt der Papst diese Forderung. Trotzdem bahnt sich ein folgenschwerer staufisch-päpstlicher Konflikt an. Auch innenpolitisch bleibt Friedrich I. gefordert, die schwelenden Streitigkeiten zwischen den mächtigsten Adelsgeschlechtern im Zaum zu halten. 1156 verleiht Friedrich dem Babenberger Heinrich dem Zweiten Jasomir Gott die Herzogwürde über das von Bayern abgetrennte Herzogtum Österreich. Als Ausgleich gibt Jasomir Gott das Herzogtum Bayern in einem feierlichen Zeremoniell an Heinrich den Löwen und somit an die Welfen zurück. Damit endet fürs Erste ein zähes Ringen um einen Kompromiss hinsichtlich der Interessen Heinrichs des Löwen, der nun endlich Herzog von Sachsen und Bayern ist. Im selben Jahr heiratet Barbarossa in Würzburg die erst 15-jährige Beatrix von Burgund. Seine kinderlose Ehe mit Adelheit von Voburg war drei Jahre zuvor annulliert worden. Kinder haben und wichtige Besitztümer im Königreich Burgund erhalten. Dennoch bleibt der Einfluss des Kaisers in dieser Region eher gering. Sein Engagement in Italien ist dagegen weit intensiver. Insgesamt sechsmal zieht Friedrich nach Italien um dort seine Macht zu festigen und die unumstrittene Herrschaft über Reichsitalien insbesondere über die lombardischen Städte zu sichern. Als sich Mailand Friedrich widersetzt, kommt es zu einem erbitterten Krieg. Friedrich lässt während der Belagerung fünf adeligen Gefangenen die Augen ausstechen und sie von einem Sechsten, dem der Henker Ohren und Nase abgeschnitten hat, in die Stadt führen. Grausamkeit gilt zu jener Zeit als legitimes Mittel, Widerstand zu brechen. Nach eineinhalbjähriger Belagerung wird Mailand im Jahre 1162 schließlich zerstört. Die Probleme nehmen zu, als es nach dem Tod Hadrians des 4. 1159 zu einem sogenannten Schisma kommt. Es gibt zwei Päpste. Der eine, Alexander III., ist dem Kaiser feindlich gesonnen und war bereits auf dem Reichstag von Besançon unangenehm aufgefallen. Er stellte dort die provozierende Frage, von wem hat denn der Kaiser sein Amt inne, wenn nicht vom Papst? Auf der anderen Seite steht der kaiserfreundliche Gegenpapst, Viktor IV., auf den noch zwei weitere Gegenpäpste folgen sollen. Friedrich erklärt Viktor zum rechtmäßigen Papst, woraufhin Alexander III. den Kaiser mit einem Bann belegt. Diese Situation wird in der Folgezeit zu einem Politikum, da auch England und Frankreich mit hineingezogen werden. Friedrich versucht immer wieder beide Länder für sich oder zumindest für einen Kompromiss zu gewinnen, doch hat er damit nur mäßigen Erfolg. Unter dem Einfluß des Reichskanzlers Reinald von Dassel werden 1165 die sogenannten Würzburger Eide geleistet. Friedrich und ein Großteil der Fürsten und Bischöfe schwören, niemals Alexander III. oder einen seiner Nachfolger als Papst anzuerkennen. Der Eid bleibt jedoch ohne große Wirkung. Friedrich versucht in der Folge die Entscheidung auf militärische Weise herbeizuführen. Zunächst gelingt es ihm Rom, das inzwischen wieder aufgebaute Mailand und Mailand und ganz Norditalien zu besetzen. Doch letzten Endes schafft der Kaiser es nicht, in diesem Schisma eine Lösung herbeizuführen. Zwar muss der Papst Alexander III. zunächst aus Italien fliehen, kann aber wenig später aus seinem Exil nach Rom zurückkehren. Sofort ziehen 1166 abermals deutsche Truppen nach Italien, die bei Tusculum die Römer schlagen und ganz Norditalien und Rom erobern können. Obwohl der kaiserfreundliche Papst Viktor IV. stirbt, gibt es keine Lösung. Durch seinen Nachfolger besteht das Schisma weiter. 1167 kommt es zu einer schicksalhaften Wende. Eine vor Rom ausbrechende Malaria-Epidemie dezimiert das deutsche Heer und macht alle Hoffnung auf eine Unterwerfung des Normannenreiches in Süditalien zunichte. Gleichzeitig organisiert sich der Widerstand in den norditalienischen Städten neu. Friedrich bleibt nur noch der Rückzug nach Deutschland. Hier stärkt er seine Königsmacht. Er gründet mehrere Städte und baut seine Hausmacht in Mitteldeutschland aus. Inzwischen schließen sich die norditalienischen Städte zum Papsttreuen Lombardenbund zusammen. Daraufhin sieht sich Friedrich gezwungen zum fünften Mal für einen Italien Feldzug zu rüsten. Er weiß, dass das Gelingen davon abhängt, ob ihn sein Vetter Heinrich der Löwe unterstützt. Doch um das Verhältnis zwischen ihm und seinem welfischen Verwandten ist es nicht zum besten bestellt. Heinrich verweigert dem Kaiser die Beteiligung am fünften Italienzug. Stattdessen versucht er Friedrich zu erpressen, indem er in Chiavenna die Forderung stellt, Friedrich solle ihm die Stadt Goslar mit ihren ergiebigen Silberminen überlassen. Doch Barbarossa denkt nicht daran. Mit einem viel zu kleinen Heer zieht er daraufhin in den Kampf gegen die norditalienischen Städte. In der Schlacht bei Leniano wird er von den lombardischen Truppen geschlagen. Fußsoldaten stechen mit Lanzen die Pferde seiner Panzerreiter nieder und töten die am Boden krabbelnden Ritter gnadenlos. Er selbst verliert fast das Leben, als ihn ein feindlicher Spieß aus dem Sattel wirft. Erst Tage später trifft er abgekämpft in der kaisertreuen Stadt Pavia ein. Seine Frau hatte bereits Trauerkleider angelegt. Nach dieser Niederlage beendet Friedrich den Konflikt mit der römischen Kurie durch einen Sonderfrieden 1177 zu Venedig. Dies bedeutet die Anerkennung Alexanders des Dritten als Papst und das Ende der Kämpfe mit den Lombarden und den Normannen und auch die Zeit der zwei Päpste ist vorüber. 1183 erkennt Barbarossa mit dem Friedensvertrag von Konstanz die Selbstverwaltung der italienischen Städte an. Im Gegenzug sind diese Städte zu finanziellen Gegenleistungen und zur Anerkennung der kaiserlichen Oberhoheit bereit. Heinrich dem Löwen, von dem er sich verraten fühlt, schwört Barbarossa Rache. Nach dem Friedensschluß in Italien hat er endlich den Rücken frei, um sich seinem ärgsten Widersacher zuwenden zu können. Der Welfenherzog liegt mal wieder im Streit mit seinen Nachbarn und bricht das Recht nach Belieben. Diesmal deckt Friedrich seinen machtbesessenen Sollen 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 mich doch bannen Sollen Sie mich doch ächten Erstmal müssen sie mich den mächtigsten Mann im Reich besiegen spottet Heinrich zu seinen Beratern. Doch Barbarossas Heer muss Heinrich den Löwen gar nicht bekriegen. Die Burgen und Städte in Sachsen öffnen freiwillig ihre Tore. Ein Jahr später kommt es zur Verurteilung Heinrichs. Der ehemals mächtigste Reichsfürst verliert seine Lehen und muss für drei Jahre nach England ins Exil gehen. Friedrich lässt ihm jedoch seine persönlichen Anwesen in Lüneburg und Braunschweig. Niemand soll sagen, dass der deutsche Kaiser kein großzügiger Mensch sei. Als Zeichen seiner Unterwerfung muss der Löwe seinem Kaiser jedoch die Füße küssen. Und das vor der versammelten Fürstenschaft in Erfurt. Doch auch hier zeigt sich Barbarossa gnädig. Er hebt seinen Vetter auf und gibt ihm einen Friedenskuß auf die Wange. Dabei flüstert er ihm allerdings ein Wort ins Ohr. Kiavenna. 1184 kommt es zu neuen Streitigkeiten mit dem Papst. Ein sechster Italienzug ist notwendig. Friedrich nutzt die Gelegenheit und lässt seinen Sohn Heinrich zum König von Italien krönen und vermählt ihn mit Konstanze der Erben von Sizilien. Damit dehnt er die staufische Macht bis nach Unteritalien aus. Zur selben Zeit muss er jedoch sehr viele Kompromisse eingehen und vor allem den deutschen Fürsten teils große Zugeständnisse machen. 1189 1189 1189 1189 bricht Friedrich mit seinem Heer von Regensburg aus zum dritten Kreuzzug ins Heilige Land auf. Ihn begleiten Philipp II. Frankreich und Richard I. Löwenherz von England. Zuvor hatte er Sultan Saladin von Ägypten in einem Schreiben zum ritterlichen Zweikampf in der ägyptischen Ebene Soan aufgefordert und als Termin den 1. November 1189 festgelegt. Doch zu diesem Treffen kommt es nicht mehr. Nach zwei erfolgreichen Schlachten gegen die Muslime ertrinkt Friedrich Barbarossa 1190 im Fluß Salew in Anatolien. Die genauen Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Teils wird berichtet, er habe sich kühlen wollen, doch angesichts der Sommerhitze und seines vorangeschrittenen Alters im eiskalten Gebirgswasser einen Herzschlag erlitten. Andere Quellen überliefern, Barbarossa wurde bei der Flußüberquerung von seinem scheuenden Pferd abgeworfen und durch das Gewicht seiner Rüstung unter Wasser gezogen. Beide Versionen sind durchaus vorstellbar. Sein Sohn Friedrich V. von Schwaben zieht mit einer kleinen Schar weiter, um Friedrich Barbarossa in Jerusalem zu beerdigen. Der Versuch, den gesamten Leichnamen Essig zu konservieren, schlägt fehl, und so wird der Kaiser stückchenweise beigesetzt. Sein Fleisch in der Peterskirche in Antiochia, seine Knochen in der Kathedrale von Tyros und Herz und Eingeweide in Tarsos. Schon seinen Zeitgenossen galt Friedrich Barbarossa als Idealbild des Kaisers. Er verkörperte für sie Macht und Größe des Reiches. Dieses Bild hat sich durch die Jahrhunderte gehalten. So sehen viele Historiker des 19. Jahrhunderts Barbarossa als größten römisch-deutschen Kaiser des Mittelalters. Bei nüchterner Betrachtung erscheint die Regierungsleistung Friedrichs jedoch weit weniger glanzvoll. War doch seine Regentschaft im Äußeren geprägt vom Kampf gegen die norditalienischen Städterepubliken und den Papst, im Inneren vom Ringen mit widerspenstigen Basallen. Doch zeigt sich gerade im Verhältnis zu seinem ewigen Widersacher Heinrich dem Löwen auch die Stärke Friedrich Barbarossas. Denn selbst die Anfeindungen und Querschläge seines machthungrigen und arroganten Vätters waren Fall zu bringen. Genghis Khan 1162 bis 1227 Kalter Wind fegt über die weiten Steppen Zentralasiens. Die Stammesfürsten der Mongolen haben sich zum Huraltai ihrer feierlichen Versammlung zusammengefunden. Lange haben die mongolischen Clans blutige Fäden untereinander ausgetragen. Jetzt soll einer der ihren zum obersten Anführer bestimmt werden. Ein Groß Khan, der das Steppenvolk vereinen kann. Ein Heerführer, der die Feinde der Mongolen zu besiegen versteht. Die Wahl der Stammesfürsten fällt auf den gut 40 Jahre alten Temüchin. Das ist alles andere als eine Überraschung. Schließlich hat Temüchin bereits mehrere Stämme der Mongolen hinter sich geschart und einen siegreichen Feldzug gegen das verfeindete Volk der Tataren geführt. Es ist das Jahr 1206, als hier am Fluß Onon erstmals der Name erschallt, der wenig später weite Teile der Welt in Angst und Schrecken versetzen wird. Genghis Khan. Temüchin ist nun Genghis Khan, zu deutsch Ozean gleicher Herrscher. Über seine Herkunft und Kindheit fließen Mythos und Wahrheit ineinander. Der Urahn Genghis Khans war ein vom hohen Himmel erzeugter schicksalserkorener grauer Wolf. Seine Gattin war eine weiße Hirschkuh. Sie kamen über den Tengis See und an der Quelle des Onon Flusses wählten sie ihren Lagerplatz, wo ihnen ein Kind geboren wurde. Mit diesen Worten beginnt die geheime Geschichte der Mongolen, eine Mischung aus Chronik und Epos, wenige Jahre nach dem Tod des Genghis Khan von seinem Sohn in Auftrag gegeben. Einzig der Herrscherfamilie war es gestattet, diese Geschichte zu lesen. Genghis Khan, soviel scheint sicher, ist ein Urenkel des legendären Mongolen Fürsten Kabul Khan, der bereits um 1140 die Stämme des Nomadenvolkes vorübergehend vereint hatte. Sein Vater, Jesu Gai, ist ebenfalls ein Stammesführer. Als Mann der Steppe und von rauen Sitten hat er seine Ehefrau Hoelun den Armen ihres frisch angetrauten Bräutigams entrissen, als er sie zufällig auf einem Jagdzug erblickte. Ihrem erstgeborenen Sohn geben sie den Namen Temütschin, was so viel wie der Eiserne oder der Schmied heißt. Wahrscheinlich ist er erst neun, als Temütschin seinen Vater verliert. Ein verfeindeter Clan der Tartaren hatte ihm Gastfreundschaft vorgegaukelt, in Wahrheit aber Gift in seine Speisen gemischt. Wenig später erliegt der Vater dem heimtückischen Anschlag. Wegen seiner Jugend wird Temütschin nicht als Nachfolger anerkannt. Der Stammesverband zerbricht, da mit dem Vater auch die Hoffnung auf Beute und Ruhm gestorben ist. Der Teitschut-Clan zieht mit der Herde davon und überlässt Temütschins Familie ihrem Schicksal. Seiner Mutter gelingt es ihn und seine fünf Brüder notdürftig zu ernähren, indem sie entlang des Onon-Flusses Beeren und Wurzeln sammelt. Als die Männer des Clans erfahren, dass Temütschin wieder erwarten in der Steppe überlebt hat, nehmen sie ihn gefangen. Sie legen ihm ein schweres Joch um den Hals, um ihn zu demütigen und seinen Willen zu brechen. Temütschin gelingt es zu fliehen. Seine Tapferkeit verschafft ihm Ansehen unter seinen Altersgenossen und schließlich gelingt es ihm einige Anhänger um sich zu scharen. In dieser Zeit holt er auch seine Ehefrau Bürte zu sich. Die beiden waren einander versprochen, seit Temütschin neun Jahre alt war. Zwar erleidet Bürte kurz danach das gleiche Schicksal wie ihre Schwiegermutter, sie wird von einem anderen Stamm geraubt, doch nach kurzer Zeit kann Temütschin seine Frau befreien und bald wird ihr erstes Kind geboren. Etwa zwanzig Jahre ist der spätere Genghis Khan nun alt, ein hochgewachsener Mann, breitschultrig, mit stattlicher Muskelkraft. Aus seinem Gesicht blitzen zwei katzengrüne Augen. Temütschins Ziel ist es, den zersprengten Stammesverband seines Vaters wieder hinter sich zu scharen. Er weiß, dass er hierzu einen Schutzherren und Verbündeten braucht und wendet sich an einen engen Freund seines Vaters, den Fürsten des Kerajtsch-Stammes. Seine militärische Karriere beginnt somit als Krieger Vasall eines benachbarten Stammes, mit dem er den gemeinsamen Feind bekämpft, die in den Randgebieten der mongolischen Steppe lebenden Tataren. Einerseits legt Temütschin unerbittliche Härte gegenüber seinen Feinden an den Tag, andererseits beweist er diplomatisches Geschick, wenn es um das Schmieden von Bündnissen geht. So gelingt es ihm nach und nach, seine Gegner auszuschalten und seinen Machtbereich ständig auszuweiten. Von allen Seiten schließen sich ihm Männer an, die sich seinem Befehl unterstellen. Der unaufhaltsame Aufstieg des Temütschin zum Genghis Khan hat begonnen. Im Jahr 1201 gelingt Temütschin der Sieg über seinen schärfsten Rivalen unter den Mongolen, Djamutia, mit dem er sogar in Blutsbruderschaft verbunden ist. In den folgenden Jahren besiegt er endgültig die Tataren und unterwirft andere benachbarte Völker, darunter den Keraltstamm, mit dem er sich ja anfänglich verbündet hatte. Damit ist es Temütschin gelungen, die Stämme der mongolischen Steppe zu vereinen. Mit der Ausrufung zum Genghis Khan erkennen ihn alle Stammesfürsten auch offiziell als ihren obersten Anführer an. Er gebietet nun über ein hunderttausend Mann starkes Heer. Noch beschränkt sich sein Machtbereich auf die mongolische Steppe, die sich von den Nadelwäldern der Taiga im Norden bis zu den zentralasiatischen Wüsten im Süden erstreckt. Im Westen grenzt das Herrschaftsgebiet der Mongolen an mächtige islamische Reiche, im Osten an die jahrtausendealte chinesische Zivilisation. Zügig baut Genghis Khan ein straff organisiertes zentral ausgerichtetes Staatswesen auf, das die alten Stammesverbände und Clans ablösen soll. Nicht nach Herkunft, sondern nach Verdienst und Leistung belohnt er seine Gefolgsleute. Dass nun jeder in den Genuß einflussreicher Stellungen und hohen Ansehens kommen kann, ist ein zusätzlicher Ansporn für die mongolischen Krieger. Das Volk schätzt seine Ehrlichkeit, seine Gerechtigkeit und Großzügigkeit. Im Gegenzug erwartet der mongolen Kaiser unbedingte Treue und Loyalität. In Peking residiert der goldene Kaiser des nordchinesischen Qin Reiches. Dessen tributpflichtiger Vasall ist das mongolische Volk. Doch das soll sich schon bald ändern. Genghis Khan fühlt sich mächtig genug, seine Vasallenrolle aufzukündigen. Als ein chinesischer Prinz erscheint, um den jährlichen Tribut einzuziehen, schickt ihn Genghis Khan unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Das Verhältnis zwischen Chinesen und Mongolen wird immer feindseliger, zumal der zurückgewiesene Prinz einige Jahre später den chinesischen Kaiserthron besteigt. Im Jahr 1211 kommt es schließlich zum offenen Kampf. Das Reich der Chinesen ist wohlhabend und geprägt von einer hochentwickelten Kultur. Seine Menschen betreiben Ackerbau und Handwerk, viele leben in befestigten Städten, die Mächtigen wohnen in prächtigen Palästen. Angelockt von diesen Reichtümern fallen seit Jahrhunderten kriegerische Nomadenstämme auf Raubzügen in China ein. Mit dem Bau der großen Mauer wollen die Chinesen ihr Reich vor den in ihren Augen barbarischen Horden schützen. Für Genghis Khan und die Seinen stellt die große Mauer jedoch kein bedeutendes Hindernis dar. Das mongolische Reiterheer durchbricht die Mauer und überrennt in der Folge Stadt um Stadt. Im Jahr 1215 nehmen sie schließlich die Hauptstadt Peking ein und stoßen sogar bis nach Korea vor. Auf seinem Kriegszug in Osten geht Genghis Khan in jeder Schlacht als Sieger vom Feld. Das wird auch für seine späteren Eroberungen gelten. Dabei sehen sich die Mongolen Nationen und Truppen gegenüber, die ihnen zahlenmäßig oft weit überlegen sind. Genghis Khan selbst bringt wahrscheinlich nie mehr als 200.000 Mann in Kampfbereitschaft. Woher kommt also die Überlegenheit der Steppenreiter? Wieso erweisen sich die Truppen des Genghis Khan als unbesiegler? Berittene Bogenschützen sind die gefürchtetste Waffe des mongolischen Heeres. Reiter und Pferde sind gleichermaßen ausdauernd. Die Steppenkrieger können sich einen Tag und eine Nacht im Sattel halten. Ihre Pferde kommen drei Tage ohne Wasser aus und finden auch in den unwirklichsten Gegenden noch etwas zu fressen. Die meisten Soldaten führen zwei Bögen mit sich. Mit dem einen sorgen sie aus der Ferne für einen Pfeilhagel, der, wie Chronisten berichten, den Himmel über dem Schlachtfeld verdunkelt. Der andere Bogen zerschlägt auf kurze Distanz jede Panzerung. Hinzu kommt eine mit langen Lanzen ausgerüstete schwere Kavalerie. Zu ihrem Schutz tragen die Soldaten des Genghis Khan einen gehärteten Brustharnisch aus Leder und mehrere Schichten Seide. Anders als bei eisernen Rüstungen sind so weder Blick- noch Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Jeder Soldat trägt alles bei sich, was er braucht. Ein enormer logistischer Vorteil für Genghis Khan, waren doch seine Gegner bei der Versorgung ihrer Truppen auf die Unterstützung nahegelegener Städte angewiesen. Das mongolische Reiterheer ist alles andere als eine wilde Horde, sondern straff durchorganisiert. Die Truppen sind in Einheiten zu zehn, hundert, tausend und zehntausend Mann gegliedert, ohne Rücksicht auf die Stammeszugehörigkeit des Einzelnen. Angeführt werden sie von Offizieren, die Genghis Khan selbst ernannt hat. So sind Alleingänge von Stammesfürsten ausgeschlossen. Neue Truppenteile können leicht integriert werden. Aus hundert besonders bewährten Berufssoldaten bildet er eine Art Generalstab, der ihn bei der unterstützt. Ziel der Mongolen ist es stets, die feindliche Schlachtordnung vor einem Angriff aufzulösen, sei es durch eine schnelle Abfolge von Attacke und Rückzug oder das Vortäuschen einer Flucht. Überhaupt versteht es Genghis Khan, Kriegslisten geschickt einzusetzen, wobei ihm alle Mittel recht sind, wenn sie nur zum Sieg führen. Als er einmal die Stadt Wolohei belagert, verspricht er den Abzug. Er erbittet sich als Kriegsbeute lediglich Katzen und Schwalben. Kaum haben die Mongolen die Tiere erhalten, zünden sie diese an und jagen sie zurück in die Stadt. Wolohei brennt nieder und kann von den Mongolen leicht genommen werden. Gegenüber den Islamischen Reichen des Westens betreibt Genghis Genghis Kahn lange Zeit eine freundliche Politik, da er durch seine Berater und Kaufleute um deren wirtschaftliche und militärische Stärke weiß. So kommt es zu einem Aufblühen des Handels. Endlose Karawanen mit wertvollen Gütern ziehen über die Steppen und Gebirgszüge. Am bedeutendsten ist das Reich der Charismia, das sich vom heutigen Afghanistan bis in den Iran erstreckt. Im Jahre 1218 schickt Genghis Kahn eine hochkarätig besetzte Gesandtschaft, um das friedliche Verhältnis mit den Charismian zu pflegen. Die Mongolen führen wertvolle Geschenke mit sich. Am Hof des Schah werden sie zunächst gebührend empfangen. Doch bereits in der zweiten Nacht ihres Besuchs geschieht etwas bis heute Unerklärliches. Die mongolischen Gesandten werden ausgeplündert und bis auf den letzten Mann ermordet. Als Genghis Kahn die Nachricht erhält, ist er außer sich vor Wut. Seine Politik der guten Nachbarschaft und offenen Tür ist gescheitert. Nun holt er zum Gegenschlag aus. Auf einer großen Versammlung der Mongolen wird der Feldzug gegen die Charismia beschlossen. Mehr als ein halbes Jahrzehnt wird der Feldzug gegen die Islamischen Reiche dauern. Die Mongolen sind gezwungen, Städte mit mächtigen Befestigungsanlagen einzunehmen. Für die Steppenreiter eine große Herausforderung. Und dennoch fällt eine Stadt nach der anderen in die Hände der Mongolen. Nicht wenige kampflos. Denn gezielt schneiden die Truppen des Genghis Kahn die Städte von der Versorgung mit Lebensmitteln ab. Bei der Erstürmung von befestigten Städten können die Mongolen auf Angriffsmaschinen und Schwarzpulver zurückgreifen. Ingenieuren Überlieferungen wie die folgende zeigen, dass Genghis Kahn ganz bewusst Terror als Mittel der psychologischen Kriegsführung einsetzt. Er selbst ist es, der die Eroberung der bedeutenden Handelsstadt Bukhara anführt. Voller Panik fliehen die überlebenden Bewohner in die große Moschee der Stadt. Dicht gedrängt harren sie zitternd auf ihr Schicksal. Da baut sich Genghis Kahn hoch zu Ross vor ihnen auf. Eine Mongolen Kaiser seine Stimme erhebt. Fragt ihr, wer ich bin? ruft er der eingeschüchterten Menschenmenge zu. Ich bin die Geißel Gottes, die Rache des ewigen Himmels. Ich bin gekommen, euch zu zerstören. Seine Rolle als Geißel Gottes, das grausame Schicksal der Völker, die es gewagt hatten, sich ihm zu widersetzen, all das soll bei seinen Feinden Angst und Schrecken auslösen. Die Botschaft ist klar. Sich unterwerfen oder sterben. Bald ist der Widerstand der muslimischen Reiche gebrochen und das mongolische Heer zieht weiter nach Westen. Teile der Truppen des Genghis Khan überqueren die Pässe des Kaukasus und erreichen die Steppen im Süden Russlands. Europa. Im Jahre 1223 vernichten die mongolischen Reiter am Kalka-Fluß ein russisches Heer. Dann ziehen sie sich aber wieder zurück. Der eigentliche Mongolensturm auf Europa wird erst die Nachfolger Genghis Khans bis vor die Tore Wiens führen. Die Eroberungen des Genghis Khan sind wohl weniger Umsetzung einer überlegten von langer Hand geplanten Strategie, sondern Folge vermeintlicher politischer Notwendigkeiten. Doch der Mongolenkaiser handelt klug und versteht es, die Ereignisse für sich zu nutzen. Seinen Erfolg verdankt er der strengen Disziplin seiner Truppen und seiner berechnenden Grausamkeit ebenso wie seiner Listigkeit und seiner Fähigkeit, treue Gefolgschaft zu gewinnen und zu erhalten. Nicht nur als Feldherr, auch als Staatsmann stellt er seine Fähigkeiten unter Beweis. Er ist entschlossen und zielstrebig, jedoch nicht starrköpfig und in religiösen Dingen sehr tolerant. Genghis Khan schätzt den Rat anderer gleich welcher Herkunft. Eine tragende Rolle spielen von Anfang an die Uiguren. Um ihrer drohenden Unterwerfung zuvor zu kommen, hatte sich der hochentwickelte Kleinstadt früh Genghis Khan angeschlossen und den Mongolen damit ein gewaltiges Reservoir an staatlichem, militärischem und religiösem Wissen eröffnet. Später nehmen auch Beamte chinesischer oder muslimischer Herkunft Spitzenpositionen ein. Genghis Khan weiß, er braucht deren Wissen und Erfahrung für den Aufbau und die Festigung der mongolischen Macht. Ab 1220 hat das Mongolenreich auch eine befestigte Hauptstadt Karakorum übersetzt schwarzer Sand. So gut organisiert Genghis Khan sein Reich, dass es noch eine Generation später heißt, ein Reisender könne ohne Gefahr das riesige Reich vom einen bis zum anderen Ende durchqueren. Im Jahr 1227 stürzt Genghis Khan bei einem Reitunfall vom Pferd. Ein paar Tage später, es ist vermutlich der 18. August erliegt er den schweren inneren Verletzungen, die er sich dabei zugezogen hat. Sein Bestattungsort in der mongolischen Steppe wird von den Pferden von 1000 Reitern eingeebnet. Bis heute wurde die Grabstätte des großen Genghis Khan nicht gefunden. In der Erinnerung der besiegten Völker steht der Name Genghis Khan für einen grausamen Eroberer. Die Mongolen dagegen verehren ihn bis heute als Einiger der Nation und als Friedensstifter. Als Genghis Khan stirbt, erstreckt sich sein Reich vom chinesischen Meer im Osten bis zum kaspischen Meer im Westen, ein Gebiet doppelt so groß wie das heutige China. Es ist das größte Reich, das je ein einzelner Mann in der Spanne seines Lebens erobert hat. Marco Polo 1254 bis 1324 Kaiser, Könige und Fürsten, Ritter und Bürger und ihr alle, ihr Wissbegierigen, die ihr die verschiedenen Rassen und die Mannigfaltigkeit der Länder dieser Welt kennenlernen wollt, nehmt dies Buch und lasst es euch vorlesen. Merkwürdiges und Wunderbares findet ihr darin und ihr werdet erfahren, wie sich Groß Armenien, Persien, die Tartarei, Indien und viele andere Reiche voneinander unterscheiden. Dieses Buch wird euch genau darüber unterrichten, denn Marco Polo, ein gebildeter edler Bürger aus Venedig, erzählt hier, was er mit eigenen Augen gesehen hat. Als Ende des 13. Jahrhunderts Berichte über die Reiserlebnisse des venezianischen Kaufmanns Marco Polo die Runde machen, Geschichten über ferne Länder und prachtvolle Städte, über fremdartige Religionen und unermessliche Schätze, stoßen sie auf Unglauben, ja, auf Unverständnis und Misstrauen. Doch im Laufe mehrerer Jahrhunderte ist aus den Erzählungen der Mythos des Abenteurers Marco Polo geworden, der uns noch heute fasziniert. Sein Name steht für Reiselust und Fernweh. Sein Leben ist ein Paradebeispiel des wagemutigen Kaufmanns und des furchtlosen Reisenden. Seine Berichte über Asien prägen Sichtweise und Vorstellungskraft der Menschen weit über das Zeitalter des mittelalterlichen Europa hinaus. Ebenso alt wie die märchenhaften Erzählungen sind aber auch Fragen nach der Glaubwürdigkeit des Abenteurers Marco Polo. Hat der Venezianer all das überlieferte selbst erlebt? Ist er jemals in China gewesen? Oder hat er den Weg zum sagenumwobenen Kublai Khan, sein Wissen über den Reichtum und über die Macht des Groß Khans nur vom Hörensagen gekannt? Zweifel an der Wahrheit der Schilderungen sind angebracht. Immerhin gibt es etwa 150 verschiedene Handschriften über Marco Polos Weltreise. Vermutlich von Zeitgenossen aufgeschrieben, denn der Venezianer selbst hat nur spärliche Notizen hinterlassen. Von herausragender Bedeutung sind die Texte des Dominikanermönchs Fra Pipino aus Bologna und die Berichte des aus Pisa stammenden Dichters Rustickello. Über Herkunft und Leben des Venezianers Marco Polo lassen sich dennoch kaum gesicherte Quellen finden, lediglich sein Testament aus dem Jahr 1324, gibt über einige Eckdaten Auskunft. 1254 wird der kleine Marco als Sohn des Kaufmanns Nicolao Polo in Venedig geboren. Der Familienname der Polos lässt sich ab dem frühen 13. Jahrhundert verfolgen. Demnach gibt es zwei Stränge in der Genealogie der Polos. Eine Familie Polo von San Jeremia und eine von San Felice. Andrea Polo, der Großvater des Reisenden, stammt aus San Felice. Er hat drei Söhne, Marco, Nicolao und Maffeo, die später alle drei geschäftlich verbunden bleiben. Nicolao, der mittlere der drei Brüder, soll zweimal verheiratet gewesen sein. Aus diesen beiden Ehen gehen vermutlich der Weltreisende Marco und ein Bruder namens Maffeo hervor, sowie zwei weitere uneheliche Brüder Stefano und Giovannino. Marco Polos Kindheit verläuft bis zum Aufbruch zu seiner großen Reise 1271 vor dem Hintergrund eines erbitterten Handelskrieges zwischen den beiden Kaufmannsstädten Venedig und Genua, später auch Pisa. Bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts baut Venedig seine Vormachtstellung im östlichen Mittelmeerraum aus, maßgeblich durch den Kreuzzug des Dogen Enrico Dandolo im Jahr 1204. Das Oberhaupt der Republiken Venedig und Genua errichtet das lateinische Kaiserreich und etabliert wichtige Stützpunkte zwischen der Adria und dem Schwarzen Meer. Darüber hinaus nimmt Venedig eine wichtige strategische Schlüsselposition zwischen West und Ost ein und wird durch gute Kontrollmöglichkeiten über die Alpenpässe im Westen und der günstigen Verbindung zu Byzanz im Osten die bedeutendste See- und Handelsmacht der damaligen Zeit. Als der byzantinische Kaiser Michael Paleologos 1261 Konstantinopel erobert, ist es vorbei mit der Vormachtstellung Venedigs. Die alte Rivalität zwischen Venedig und Genua flackert wieder auf. Zu groß ist der Neid des einen auf die Handelsmacht des anderen. Das exklusive Vorrecht, weit hinten im Mittelmeer alle Luxus- wie Gebrauchsgegenstände, die Asien Europa lieferte, zu kaufen und dann Frachtkosten und Preis nach Gutdünken festzusetzen, war so verlockend, dass es von den drei Republiken Venedig, Pisa und Genua gehörig ausgeschlachtet wurde. Die beiden Letzteren konnten nicht ohne Neid die Existenz der Niederlassungen hinnehmen, die Venedig im östlichen Mittelmeer erworben hatte. Schildert schildert in der Histoire de la Republique de Venise die Situation. Inmitten dieses politischen Klimas brechen die venezianischen Brüder Nicolau und Maffeo Polo bereits 1260 von Venedig aus nach Asien auf, um sich entscheidende Handelsvorteile gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. In den folgenden neun Jahren verschlägt es Marco Polos Vater und den Onkel von der Handelsniederlassung in Konstantinopel bis nach China zu Kublai Khan, einem Enkel des Mongolen Führers Genghis Khan. Kublai Khan beauftragt die beiden, nach Rom zurückzureisen und den Papst zu bitten, ihm hundert gelehrte Männer zu senden, die genau mit den Prinzipien der christlichen Religion und mit den sieben freien Künsten vertraut und dazu befähigt seien, den Gelehrten seines Reiches zu zeigen, dass der von den Christen bekannte Glaube jedem anderen überlegen sei und auf mehr offenbarer Wahrheit basiere als jeder andere. Auch sollten sie aus Jerusalem Öl von der Lampe mitbringen, die über dem Grabe unseres Herrn Jesus Christus brennt, für den er größte Verehrung habe. Aus den beiden venezianischen Handelsleuten waren Gesandte des mongolischen Kaisers Kublai Unter diesen Vorzeichen brechen die Gebrüder Polo 1271 zu ihrer zweiten Asienreise auf, dieses Mal begleitet von Nikolaus 17-jährigem Sohn Marco. Unendliche Strapazen, Entbehrungen und Krankheiten erwarten das Trio auf der über 20-jährigen Reise, die erst 1295 mit der Rückkehr nach Venedig endet. Auf welcher Route die Reise genau verläuft und in welcher zeitlichen Reihenfolge ist ungewiss. Bekannt sind eine Fülle von Orten, an denen die drei Reisenden vorbeigekommen sein sollen. Vermutlich führt der Weg zunächst durch Klein-Armenien, Georgien bis zum Kaspischen Meer, wo Marco Polo ihm fremde Güter und Bodenschätze kennenlernt. In diesem Grenzgebiet entspringt eine ergiebige Erdölquelle. Hundert Schiffe können gleichzeitig mit Öl beladen werden. Das Öl ist ungenießbar, aber geeignet zum Brennen. Es dient auch als Salbe gegen die Kretze und die Furunkel der Kamele. Die Leute kommen von weit her, um sich das Öl zu beschaffen. In jener Gegend ist es das einzige Brennmaterial, schildert Marco seine Eindrücke. Später führt die Reiseroute wahrscheinlich über Bagdad und Basra zur Hafenstadt Hormuz. Neben sengender Hitze und großem Wassermangel lauert auf den tagelangen Märschen quer durch die Wüste eine noch weitaus größere Gefahr. Räuber! Entlang der Wege in Persien beobachtet Marco Polo viele Mörder und grausame Menschen. Sie bringen sich gegenseitig um, und wenn sie nicht ihre obersten Herrscher, die Ost-Tataren fürchteten, würden sie auch die Handelsreisenden überfallen. Die Tataren sorgen dafür, dass den Kaufleuten nichts geschieht. Ohne bewaffnete Begleitung würden sie nämlich Meuchlings ermordet. Immer weiter und weiter geht die Reise durch wundersame Länder und märchenhafte Gegenden, die Marco Polo Aufschluss geben über Sitten und Gebräuche fremder Kulturen, über Klima, Handel und Tierwelt, über Ackerbau und Viehzucht bis hin zu Medizin, Nutzung von Bodenschätzen und Schiffsbau. Über den Hindukusch und die Hochebene des Pamir im Osten des heutigen Afghanistan gelangen die Polos nach Kaschka, der größten und schönsten unter den zahlreichen Städten im Nordosten. Die Einwohner leben von Handel und Gewerbe und sie haben prächtige Gärten und Weinberge. In Kaschka stoßen die Venezianer auf einen alten Fernhandelsweg, der Mittelasien seit Jahrtausenden mit China verbindet, die Seidenstraße. Sie wird Marco Polo an den Hof des Herrschers Kublai Khan führen und damit in einen neuen Lebensabschnitt. 1275, vier Jahre nach Beginn der Reise in Venedig erreichen Marco, Vater Nicolau und Onkel Maffeo Shang Du, die Sommerresidenz Kublai Khans, tief im Inneren der Mongolei. Zur großen Überraschung der Ankömmlinge zeigt sich der Groß Khan keineswegs verärgert darüber, dass die erbetenen hundert christlichen Gelehrten nicht mitgereist sind. Stattdessen heißt Kublai Khan den jungen Marco Polo willkommen und empfängt ihn herzlich an seinem Hof. Der inzwischen 21-jährige Marco ist tief beeindruckt von den weiten, ornamentverzierten Palästen, von der Hofhaltung, den Jagden und den ausschweifenden Festen. Auch das Liebesleben des Groß Khans imponiert dem Heranwachsenden in großem Maße. Vier Gattinnen hat er, er nennt alle vier seiner Hauptfrauen. Jede Kaiserin ist umgeben von dreihundert reizenden hübschen Jungfrauen, beschreibt Marco Polo das Leben des Kublai Khan. Der Hof einer Khans Gattin zählt zehntausend Personen. So oft der Khan bei einer der vier Frauen liegen will, lässt er sie in seine Kammer rufen. Manchmal auch begibt er sich selbst ins Frauengemach. Der Khan hat aber noch viele Geliebte. Besonders angetan haben es Marco Polo die perfekt organisierten Verkehrswege mit ihren unzähligen Pferdestationen sowie die große Bevölkerungsdichte in der Hauptstadt Kanbaluk, dem heutigen Peking. Mehr als zweihunderttausend Pferde sollen in verschiedenen Stützpunkten und Poststellen gehalten worden sein, stets einsatzbereit für die Durchreisenden. An den Straßen stehen mehrere tausend Häuser, alle prächtig und schön anzusehen. Zu den seltsamsten Eindrücken aber, die der junge Marco Polo im Reich des Großkahns sammelt, gehört das Geldwesen. Aus seiner Heimat kennt der Venezianer zwar Gold als Zahlungsmittel, doch das, was er hier in den Händen hält, ist ihm völlig unbekannt. Geld aus Papier! Fasziniert beobachtet Marco Polo die Herstellung des Papiers, aus dem Bast zwischen Rinde und Holz der Maulbeerbäume, sowie den Geldumlauf im alltäglichen Handel. Alle Geldscheine werden mit dem Siegel des Großkahns versehen. Er lässt davon eine solche Menge herstellen, dass man alle Schätze der Welt kaufen könnte. Nun versteht ihr, warum in keinem Schatzhaus der Welt solch ein Reichtum anwachsen kann wie im Tartarenreich. Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, alle Mächtigen unseres Jahrhunderts besitzen nicht so viel wie der Kahn allein. Von der Vielfalt der Kulturen und Religionen in den Bann gezogen und mit Aufträgen des Großkahns versehen bricht Marco Polo in der Folgezeit zu weiteren Reisen auf. Von Peking aus nach Südwesten bis Sichuan und Tibet, durch die tributpflichtigen Provinzen Burma und Bengalen, an den Küsten Indiens entlang und darüber hinaus bis zum heutigen Annam in Nordvietnam. Nachhaltig wirken auch Marco Polos Berichte über eine japanische Insel namens Tsipangu, obwohl nie geklärt werden konnte, ob Polo sie jemals wirklich gesehen hat. Schwärmerisch schildert er, das Dach des riesigen Palastes ist aus purem Gold. Genauso wie wir für unsere Häuser und Kirchendächer Blei gebrauchen, wurde hier Gold verwendet. Die Säle, die Fenster, wohin man schaut, alles im Palast, ist mit Gold geschmückt. Fantasie und Wirklichkeit verschmelzen immer mehr zu einer wunderbaren Geschichte, die rund 200 Jahre später den Seefahrer Christoph Kolumbus anregen sollte, ebenfalls auf Entdeckungsreise zu gehen. Bei der Rückkehr in das heimatliche Venedig 1295 erleben die Polos eine Überraschung. Die Verwandten, die inzwischen ihr Haus bewohnen, erkennen die Ankömmlinge nicht und verweigern den Eintritt. Völlig übermüdet und in ärmlicher Kleidung stehen Marco, Vater und Onkel vor ihrem Haus. Ihre Sprache gleicht eher der von den Tataren gesprochenen als der eigenen Muttersprache. Erst als die Weltreisenden ihre Schätze auspacken, Diamanten, Smaragde und Rubine, werden sie als die Familienmitglieder erkannt, die 20 Jahre zuvor zur größten Entdeckungsreise des 13. Jahrhunderts aufgebrochen waren. Während der Abwesenheit Marco Polos hatte sich die Rivalität der beiden Handelszentren Venedig und Genua nicht nur nicht normalisiert, im Gegenteil, die Konkurrenten lieferten sich erbarmungslose Seekriege. Marco Polo, der sich mit seiner Reise in das Reich des Kubleikans einen guten Ruf als Seefahrer gesichert hatte, befehligt in den Jahren nach seiner Rückkehr als Schiffskommandant eine venezianische Galerie. In den Morgenstunden des 7. September 1298 stellt sich Marco Polo den genuesischen Schiffen zum Kampf. Am Ende steht eine vernichtende Niederlage für die Venezianer. Unter den 7000 Gefangenen befindet sich auch Marco Polo. Im Gefängnis zu Genua trifft er auf den Dichter Rustickello und diktiert ihm die Geschichte seiner Weltreise. Das Buch von den Wundern der Welt. Als er nach sechs Jahren 1304 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wird, erfährt er, dass sein Vater zum zweiten Mal geheiratet hat und in Zukunft keine Reisen mehr unternehmen wird. Marco Polo, der im Gefängnis ständig an Asien und die dortigen Erlebnisse denken mußte, ist enttäuscht, zu gerne hätte er sich ein weiteres Mal auf eine Entdeckungsreise begeben. Stattdessen heiratet er eine junge Frau namens Donata, die ihm innerhalb weniger Jahre drei Töchter schenkt, Fantina, Belella und Moreta. Da der erhoffte Sohn ausbleibt, gibt Marco Polo seinen Traum von weiteren Weltreisen endgültig auf und lebt fortan zurückgezogen als venezianischer Kaufmann. Von nun an spricht er so wenig wie möglich über seine Erlebnisse in Asien. Denn auf den Gassen Venedigs ist er längst als Aufschneider und Angeber verschrien. Kaum einer glaubt die Geschichten, die der einstmals so stolze Seefahrer doch so gerne erzählt hätte. Einsam stirbt der einst gefeierte Weltreisende 1324 in seiner Heimatstadt Venedig.